Hallo, bevor es losgeht mit der heutigen Folge, gibt es noch ein paar Neuigkeiten von der Pflegekammer in Nordrhein-Westfalen. Und zwar wurden dort zwei neue AGs gegründet, und zwar die AG Altenpflege und die AG Psychiatrische Pflege. Alle Mitglieder der Pflegekammer sind herzlich eingeladen, sich diesen AGs anzuschließen. Die AG Psychiatrische Pflege wird am 21. Oktober in der Zeit von 16 bis 18 Uhr eröffnet und die AG Altenpflege am 25. Oktober von 10 bis 12 Uhr. Wenn du interessiert bist und dich den AGs anschließen möchtest, dann schreib eine Mail an info-at-pflegekammer-nrw.de. Dort erhältst du dann weitere Informationen. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Übergabepodcasts. Mein Name ist Christian Köpke und ich sitze hier mit der Eva. Hi. Hallo. Hallo Eva. Uns trifft man häufiger jetzt mal zu zweit an. Das ist ganz schön. Finde ich auch. Vor allem nehmen wir heute in Münster auf. Wir sind mit dem Auto hier. Wir sind mit dem Auto gefahren. Mit dem E-Auto. Das ist ganz wichtig, die Info. Wir sind mit dem E-Auto gefahren. Wir haben nichts in die Luft gepustet. Genau, mit dem Auto. Und sonst fahren wir mit der Bahn. Und es kommt nicht so häufig vor, dass wir irgendwo sitzen. Aber heute sind wir in Münster. Ja. Und wo sitzen wir hier? Wir sitzen bei einem Pflegedienst, weil wir nämlich was zur ambulanten Pflege endlich mal machen. Mein Lieblingsthema. Genau. Das ist so schön, dass wir mal was zu ambulanten. Wir machen so viel zu Krankenhaus. Manchmal auch Pflegewissenschaft. Und ambulante Pflege, finde ich, läuft immer unterm Radar. Ja. Und deswegen schauen wir heute mal in die ambulante Pflege. Und wir haben heute das Thema so ein bisschen auf Wundmanagement. Aber vielleicht geht es um sehr viel mehr. Wir werden sehen, was passiert. Denn wir haben nämlich natürlich auch einen Gast hier. Der sitzt mir hier gegenüber. Und den würde ich jetzt mal bitten, sich einfach vorzustellen. Ja, hi. Ich bin der Alex von den Pflegefreunden Alexander Herms. Ich bin 44 Jahre alt. Ich habe zwei Kinder und eine Frau. Meine Frau mit der Sarah habe ich vor über zehn Jahren den Pflegedienst gegründet hier in Münster. Genau. Ja, sehr gut. Also vielen Dank für die Einladung, dass wir hier sein dürfen. Erzähl doch mal so ein bisschen was über euren Pflegedienst. Also welchen Begriff nutzt ihr? Kundinnen, Pflegebedürftige, was ist so euer Begriff? Ja. Da haben wir uns wirklich damals voll die Gedanken drüber gemacht. Weil in unserer Software, da heißt es dann Klienten. Und dann denkt man, okay, sind das jetzt Kunden, sind das Patienten? Und wir haben uns ganz klassisch, weil es irgendwie so drin ist, haben wir uns für den Patienten entschieden. Ja. Für uns ist der Patient. Okay. Also was für Patientinnen versorgt ihr so? Also wir sind vom Ursprung her ein ganz klassischer ambulanter Pflegedienst. Das heißt, wir sind in der Regel da für ältere Herrschaften, die einfach aufgrund ihres Lebensalters pflegebedürftig werden oder auch etwas jüngere Menschen, die aufgrund von einer Krankheit pflegebedürftig werden. Wir helfen bei den klassischen Sachen, bei der Körperpflege, bei Behandlungspflegen, die der Arzt irgendwie verordnet. Das kann sein, Medikamentengaben, Insuline bei einem Diabetiker oder Wundverbände, kommen wir gleich nochmal drauf. Genau. Und dann haben wir so für uns mal definiert den Anspruch, wir möchten gerne so alles aus einer Hand anbieten als Pflegedienst, was so ein älterer Mensch zu Hause braucht. Das heißt, deswegen haben wir auch noch ein relativ großes Team der Hauswirtschaft und Betreuung, die dann halt einkaufen gehen, sauber machen zu Hause. Weil damit fängt es ja irgendwie meistens an, wo man nicht mehr allein die Boden sauber machen kann. Genau. Und seit einem Jahr in etwa haben wir auch eine Abteilung bei uns, die ja eben Wundpflege macht, einen Wundpflegedienst. Genau. Wie kommst du denn dazu, überhaupt einen Pflegedienst zu gründen? Also warum macht man sowas? Oh, das ist eine interessante Frage. Warum macht man sowas? Also angefangen hat das damals, also meine Frau und ich, wir kommen beide aus der Pflege. Wir haben den Beruf beide wirklich von der Pike auf gelernt. Sie kommt aus dem Krankenhaus, ich bin Altenpfleger. Ich habe lange Zeit stationär gearbeitet während der Ausbildung und im Praktikum die ambulante Pflege erstmal so kennengelernt. Und das war in Nordhorn ein ganz toller Pflegedienst, wo ich dachte, wow, das ist cool, wenn das so zu Hause geht. Die haben so den Schrank aufgemacht und da war es wie eine Intensivstation damals, in meiner Wahrnehmung als 19-Jähriger. Genau. So, dann haben wir nach der Ausbildung oder habe ich nach der Ausbildung mein CV gemacht und habe ein bisschen gearbeitet in dem Beruf auch und habe dann 2003 mich entschieden, studieren zu gehen hier in Münster, an der Fachhochschule Münster. Und ja, da habe ich dann auch meine Frau kennengelernt oder wir haben uns da kennengelernt in der Vorlesung. Und nach dem Studium habe ich das Pflegemanagement damals noch in Diplomstudien gegangen. Ich weiß, ihr habt ja viele Hörerinnen, die, glaube ich, auch so aus dem akademisierten Sektor oder sich dafür interessieren, kommen. Genau. Und mich hat es eigentlich danach direkt in die ambulante Pflege verschlagen. Ich hatte dann die Möglichkeit, im Kreis Borken beim Deutschen Roten Kreuz laufen zu lernen. Als Stellvertretender Pflegedienstleitung, da hatte ich eine super tolle Chefin. Ich meine, das ist ja Ewigkeiten her aus eurer heutigen Sicht so und es war 2008, da gab es den Begriff New Work noch gar nicht, aber die Pflegedienstleitung damals war da schon richtig gut unterwegs. Genau. Dann gab es aber leider trotzdem irgendwann keine berufliche Perspektive da mehr. Meine Frau war zeitgleich in der Unternehmensberatung für Pflegedienste, Altenheime unterwegs und der Chef von ihr hatte auch mehrere Pflegedienste und suchte dann jemanden, der die alle so miteinander koordiniert. Und dann bin ich quasi da hingegangen und dann hatten wir ein paar Jahre einen gemeinsamen Chef. Und da haben wir das erste Mal dann so gemerkt, so was Grenzen sind, wo man dann auch so sagt, oh nee, das ist nichts, womit ich so irgendwie so klarkomme. Und habe dann einen Abstecher gemacht in die stationäre Pflege, war bei so einem großen Konzern in Berlin mit hohen Marmor-Winden und ganz schickimicki, hohen Glastüren und so. Und das war aber dann tatsächlich für mich, ich war für die Qualität im regionalen Bereich hier für Nordrhein-Westfalen tätig und da bundesweit aber die Einrichtung auditiert. Und das hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war wirklich so rein renditeorientiert. Für mich war das wirklich, also auch ganz negativ so gemeint, wie ich sage, so eine Verwaltung von Humankapital. Also sowohl im Bereich der Beschäftigten als auch im Bereich der Patienten. Und das war ein Punkt, wo wir gesagt haben, also das will ich nicht oder wollen wir nicht, das ist nicht unser Plan. So haben wir uns nicht vorgestellt, irgendwie zu arbeiten. Und dann haben wir uns ein Jahr lang mit dem Thema auseinandergesetzt. Wir hatten schon hier in Münster neben Berge ein zwischenzeitliches Haus gebaut und haben uns gesagt, eigentlich hier gibt es keinen Pflegedienst. Warum machen wir nicht einen Pflegedienst? Warum machen wir nicht das, was wir irgendwie jetzt so in den letzten Jahren gelernt haben, auf eigene Rechnung, so mit, wie sage ich mal, unseren inneren Werten, mit unserer Haltung. Klar haben wir auch so die gleiche Rolle zu erfüllen. Wir haben die gleichen Regeln wie alle, die irgendwie in der Sozialversicherung unterwegs sind und haben dann 2013 den Pflegedienst gegründet. Damals noch Pflegedienst Herms, da waren wir ganz kreativ. Genau, und haben dann mehrere Jahre auch hier gearbeitet. Das ist super gut angenommen worden. Wir sind heute in der Bevölkerung irgendwie immer noch der Pflegedienst Herms, obwohl wir seit vier Jahren Pflegefreunde heißen. Das ist aber auch in Ordnung so. Und das, was uns angetrieben hat damals wie heute, ist, dass es cool ist zu sehen, wie alte Menschen zu Hause leben können, weiter mit der eigenen Hilfe. Manchmal reicht auch unsere Hilfe nicht mehr aus und die Hilfe des Angehörigen. Da brauchen wir noch mehr Hilfe. Da haben wir ein ganz cooles Modell auch schon seit 2014 mit einem Seniorenservice hier auch aus Münster, der osteuropäische Pflegekräfte in die Haushälte vermittelt, aber auch wirklich hier vor Ort ist. Also auch wirklich bei den Patienten dann vor Ort ist. Und dass wir da auch eine Möglichkeit geschaffen haben, den Heimplatz zu umgehen, ganz zu vermeiden oder zumindest hinaus zu zögern. Und das ist so der Grund, warum wir nach wie vor am Start sind. Das macht uns immer noch Spaß, wobei wir, ich hatte es ja so eingangs erwähnt, versuchen immer alles anzubieten, was der Patient so brauchen kann vor Ort. Und dann gab es ja 2021 die erste Änderung in der HKP-Richtlinie, wo gesagt worden ist, Leute, hat der GBA gesagt, der Pflegedienst soll die Möglichkeit haben, sich zu spezialisieren, weil wir festgestellt haben, dass chronische und schwer heilende Wunden echt ein Thema ist zu Hause. Und da haben wir ohne uns mit der Leidenschaft, die sich dann später entwickelt hat, damals hatten wir sie noch nicht, haben wir nur gesagt, wenn wir weiter diesen Anspruch haben wollen, dass wir alles irgendwie aus einer Hand anbieten und wir springen jetzt auf diesen Zug nicht auf, das war zumindest NRW damals echt ein Hype hier, dann verpassen wir was. Und dann sind wir einfach nur noch vielleicht irgendwann mal so ein halber Pflegedienst, wie jetzt vielleicht so manch Branchenprimus, der nur eine Pflegeversicherungszulassung hat oder so. Und das wollten wir nicht. Genau, und da haben wir uns mit dem Thema Wundpflegedienst auseinandergesetzt und haben dann, ja, da kommen wir sicher ja gleich nochmal irgendwie im Verlauf des Gesprächs auch irgendwie zu uns mit auseinandergesetzt und was das für coole Möglichkeiten auch für die Altenpflege eigentlich bedeutet. Wenn ich das richtig beobachtet habe, in der Zeit, als ich in der ambulanten Pflege in der Ausbildung war, da war das glaube ich so, dass so spezialisierte Wundversorgung oft dann über Drittanbieter sozusagen gelaufen ist, oder? War das so gang und gäbe oder war das nur... Was meinst du denn mit Drittanbietern? Ja, so, ich weiß gar nicht, was das für Leute waren. Also das waren dann Leute, die dann zusätzlich irgendwie, weil es kommen ja noch nicht genug Leute in so ein Zuhause, die Person, die Person, Ergotherapie, ständig was los. Und das war irgendwie von irgendeinem Anbieter für Wundauflagen, oder wie kann man das sagen? Ich habe das natürlich jetzt so ein bisschen provokativ auch irgendwie die Frage gestellt. Du meinst klassische Homecarer, also in Anführungsstrichen Sanitätshäuser mit einer bestimmten Zulassung Wundverbandsprodukte zu vertreiben oder andere Artikel auch. Können das auch die Hersteller selbst machen? Ja, das können auch, also Hersteller können auch Homecare-Unternehmen gründen. Es gibt auch einige, die das gemacht haben. Aber in der Regel ist es trotzdem immer ein weiterer zwischengeschalteter Schritt. Also es gibt keinen großen Vertrieb. Also in anderen Bereichen im Gesundheitssektor ist das mir geläufiger. Ich weiß, dass das bei den, ich glaube mich jetzt, ich weiß nicht genau, wie der Fachbegriff ist, aber bei Dialyse-Patienten, da hat Fresenius, Kabi, glaube ich, damals schon oder bei der parenteralen Ernährung ganz früh Homecare-Unternehmen gegründet. Das sind ja jetzt Konzerne, die auch teilweise an der Börse gelistet sind. Soweit sind wir in dem Bereich nicht. Das ist natürlich bei den Herstellern von Wundauflagen der Fall. Ich weiß nicht, Koloplast, Müllnicke, wie sie alle heißen, Gutimed und Co. Jetzt ja kein Vergessen. Aber das ist tatsächlich unsere als Pflegedienst größte Herausforderung am Anfang gewesen, uns abzugrenzen. Ich habe noch ein Gespräch mit einem Diabetologen hier aus Münster, mit dem wir inzwischen super, also auch seit zehn Jahren schon, aber jetzt als Wundpflegedienst nochmal auf einer ganz anderen Ebene richtig cool zusammenarbeiten. Den habe ich damals mal angerufen und gesagt, ey, wir wollen das Wundsiegel ECW machen und aus ein bisschen unbedarft. Ich bin auf der Suche nach Kooperationspartnern. Dann sagt der so, ja, ich kann das verstehen, wir haben auch hier Diabetes, Fuß, dies und das und da, irgendwie Zertifizierung. Ja, da muss man Klinken putzen gehen, dann braucht man so Kooperationsverträge. Also ein bisschen gefrützelt und dann sagt er, ja, aber ich mache das bei euch wohl. Wir kennen uns ja auch schon ein bisschen, aber beantwortet mir bitte mal im Vorfeld eine Frage. Verdient ihr in irgendeiner Weise Geld mit dem Handel von Wundauflagen? War da irgendwie ein bisschen gebrannt, wegen Regress, keine Ahnung, weiß ich nicht genau, was da war, ist auch egal. Dann habe ich mir gedacht, nee, machen wir nicht. Also wir als Pflegedienst verdienen ja seit jeher, sag ich mal, unser Geld mit der Dienstleistung. Ob das jetzt körperbezogene Pflegemaßnahmen sind, ob das hauswirtschaftliche Leistungen sind, Insulingaben, Medikamentengaben, kennen wir alle. Da kriegen wir in irgendeiner Weise eine Pauschale oder eine Zeitabrechnung, kriegen wir Geld für die Dienstleistung. Und so ist das bei der Wundpflege, bei uns auch. Bei uns als angehender, ich sage mal angehender Spezialiterleistungserbringer für Wunden, verdienen wir das Geld auch mit dem Erbringen der Leistung. So, und da gibt es ganz große Irritationen, ja, da gibt es, sag ich mal, eine persönliche Meinung, aber auch, ich habe volkswirtschaftlich da auch wirklich Bedenken, es gibt da große Homecareer, die also bundesweit unterwegs sind, die haben mittlerweile Bilanzen, wenn man mal bei North Data guckt, da schlackern die echt die Ohren. Die haben irgendwie eine Bilanzsumme von über 100 Millionen Euro, nur die Muttergesellschaft. Und da denke ich mir dann auch schon, ist das gesund? Und wenn dann diese Homecareer beginnen, eigene Firmen aufzubauen, die wiederum Wundprodukte, also Wundverbandsmaterialien herstellen, da tue ich mich schwer mit, weil ich bin der Meinung, dass das ganz klassisch in der Aufteilung sein sollte. Also der Arzt gibt einen Auftrag, wir nehmen den Auftrag an, wir stimmen uns mit dem Arzt ab, ja, und wir gucken auch schon als Pflegedienst mit drauf, als Wundpflegedienst, das Produkt, was da jetzt vermeintlich im Einsatz kommen soll, ist das wirtschaftlich? Aus Sicht des Arztes, aber auch aus Sicht der Kasse, da bin ich jetzt bei dem volkswirtschaftlichen Aspekt, ne, wir müssen keine Bürgerverbände bauen, damit eine Wunde heilt, ja. Die Wunde heilt nicht wegen der Wundauflage, ja, vielleicht zu einem ganz kleinen Teil, sondern die heilt, wenn wir uns der Kausaltherapie widmen, ne, so. Und da sehe ich das Dilemma drin, das, was du gerade eingangs sagtest, ne, so war das bei uns damals auch. Wir hatten ja auch überhaupt keine Ahnung, also ich habe auch gedacht, 20 Jahre lang oder 25 Jahre lang, ja, so wie du das immer gemacht hast, so hat man das ja gelernt und ist auch in Ordnung so, ne. Rückblickend, als ich dann irgendwann mal mit meinem Wundexperten angefangen habe, dann dachte ich mir so, hui, was hat sich denn da alles geändert heutzutage, ist wirklich sehr spezialisiert geworden. Und ich habe das ganz oft schon in anderen Gesprächen Leuten gegenüber erwähnt, dass ich aus der heutigen Sicht sagen würde, wir haben damals, bevor wir uns damit beschäftigt haben mit der Wundpflege, haben wir vielleicht mit Goodwill eine 4- gehabt in dem Bereich bei der Wundversorgung, ne, weil wir ganz einfach, ganz grundlegende Sachen nicht gemacht haben, weil wir es einfach gar nicht wussten, ne. Genau, und das hat sich jetzt verändert und wir haben mittlerweile Pflegedienste, im Süden von Münster haben wir einen Pflegedienst, ja, der ist auf uns zugekommen, da ergänzen wir uns, da haben wir gemeinsam Patienten inzwischen, ja. Und das ist das, wo ich hin möchte, ja, weg von dieser Ellbogenmentalität, da bin ich bestimmt auch nicht frei von gewesen die letzten Jahre, aber ist keiner, aber das hilft uns ja allen nicht, ne. Wir sind in einer existenziellen Krise in der Pflegebranche und ich finde das wichtig, dass wir da einen Schulterschluss beweisen und ich sage immer, steht auch auf jedem Flyer bei uns drauf und ich sage den Leuten das auch persönlich, wenn die mit uns zusammenarbeiten wollen, also den Pflegediensten, dass wir kein Interesse daran haben und Brief und Siegel den Leuten auch geben, wir werden keine anderen Leistungen ungefragt, die irgendwie übernehmen, ne. Das ist häufig eine Sorge, okay, da kommt jetzt der Wundpflegedienst, da kommen die Pflegefreunde, die machen die Wundversorgung, ja, und irgendwie, wenn du die Wundversorgung machst, dann kannst du ja eigentlich auch die Körperpflege machen, aber wenn du dann schon mal da bist, ja, dann kann auch vielleicht der Kollege kommen zum Haushalt, das machen wir nicht, ne. Einfach aus Prinzip, es sei denn, der andere Pflegedienst sagt, okay, pass mal auf, das ist in Ordnung, weil wir haben die Uhrzeit, der Stadtteil ist gerade sowieso nicht so super, mach doch einfach die Pflege mit, ja, da stimmen wir uns dann ab und dann ist das auch in Ordnung. Aber wir würden von uns aus nicht sagen, so, jetzt kommt der Wundpflegedienst, wir wissen alles besser, das sowieso nicht, ne, und wir wollen auch, auch keinem irgendwie was wegnehmen, ne. Und das ist, glaube ich, was, das muss so langsam wachsen, da muss ja jeder gegenüber irgendwie auch Vertrauen fassen können, dass das auch wirklich so ist, ne, nicht, dass man das nur so sagt und dann wird es dann doch irgendwie anders gar nicht. Das ist ein total interessanter Gedanke, ich will jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, also erstmal zu den Untiefen der Wundversorgung oder was wir für Machenschaften da im Hintergrund zu ablaufen, da will ich gar nicht drauf eingehen, wäre vielleicht cool, wenn wir einfach heute positiv bleiben. Das aus deinem Mund, Christian. Ja, irgendwie habe ich da Lust drauf. Und das andere ist, dürftest du denn die Leistung des anderen Pflegedienstes übernehmen, weil, wie läuft das abbrechungstechnisch? Genau, genau. Also ihr habt ja, wenn ich das im Vorfeld so korrekt rausgehört habe und recherchiert habe, habt ihr ja bundesweite Hörer. Ja, sogar Schweiz und Österreich. Okay, alles klar, sogar Dachraum. Wir sind ja hier in Nordrhein-Westfalen und wir haben den Föderalismus, hurra, ja, politisch eine super gute Sache für unsere Demokratie, für die ambulante Pflege ist das echt ein Bürokratietiger. Das heißt, meines Wissens, wir haben 16 Bundesländer und ich glaube, wir haben 18 Vergütungsvereinbarungen für die häusliche Pflege. Das heißt, in jedem Bundesland ist das jetzt anders, was jetzt kommt. Das, was wir jetzt sagen oder was ich jetzt sage, gilt für Nordrhein-Westfalen. Wir haben vier Qualifikationsstufen im Bereich der Krankenversicherung, ja, von einfachen Behandlungspflegen wie eine Medikamentengabe bis zu hochkomplexen Behandlungspflegen wie zum Beispiel eine Portversorgung. Also wir sind jetzt im SGB V Bereich. Wir sind jetzt im SGB V in der Krankenversicherung, genau. Und dann gibt es daneben sozusagen noch die chronische Wundversorgung, die on the top abgerechnet werden kann. Also das heißt, ich fahre jetzt irgendwo hin, mache eine Medikamentengabe, kriege ich irgendwie, weiß ich nicht, 10, 11, 12 Euro für, ja, mache ich zeitgleich noch die Wundversorgung, kriege ich noch irgendwie 20, 23 Euro extra obendrauf, ne. Heißt der Umkehrschluss, wenn aber der Pflegedienst aus der Nachbarschaft morgens die Tabletten gibt, ist das in Ordnung. Und wenn wir als Wundpflegedienst dann noch kommen, um den Wundverband zu machen, wird das separat vergütet. Also das ist dann auseinander dividiert, ne, bei chronischen Wunden, ne. Bei akuten Wunden ist es tatsächlich so, da, ich hatte ja gerade diese vier Qualifikationsstufen in der Behandlungspflege angesprochen, die akute Wunde ist in der Leistungsgruppe 3, also in der dritthöchsten Stufe, ja. Und wenn wir jetzt bei einem Patienten sind, oder wir haben das Beispiel zwei Pflegedienste, Pflegedienst 1 macht die Medikabe, Pflegedienst 2 macht die akute Wundversorgung, dann gibt es ein Problem. Weil die Kassewetern sagen, Wirtschaftlichkeitsgebot, ihr bekommt nur einmal, ein Pflegedienst bekommt nur einmal eine Behandlungspflege bezahlt und zwar die höherwertigste. Hieß in dem Fall die akute Wunde. Hieß in dem Fall, wir bekommen die akute Wunde bezahlt und der andere Pflegedienst kriegt eine Kürzung. Und das ist natürlich blöd. Aber da wir, ich will jetzt nicht sagen zu 100%, aber annähernd ausschließlich chronische Wunden, schwerheilende und chronische Wunden versorgen, gibt es das in der Praxis so gut wie nie. Wenn wir jetzt sehen würden, okay, ist jetzt irgendwie eine frische OP-Wunde, die Wundheilungsstörungen hat, dann gilt das noch als akute Wunde. Dann würden wir, wenn ein anderer Pflegedienst mit am Start ist, würden wir das irgendwie mit dem thematisieren. Dann können wir wahrscheinlich dann nicht kommen, vermute ich mal. Oder wir würden kommen und der andere Pflegedienst würde sagen, dann macht für die Zeit, wo ihr da seid, die Medikabe oder was auch immer mit. Ah, okay. Vielleicht können wir kurz einmal HKP erklären, bevor wir zur ICW übergehen. Das war noch ein Begriff, der vielleicht nicht eingeläufig ist. Achso, genau, die HKP-Richtlinie. Also HKP steht für häusliche Krankenpflege. Und mal ganz salopp gesagt, die häusliche Krankenpflege ist der SGB V-Teil, also Sozialgesetzbuch V, die Krankenversicherung. Also mit der Pflegeversicherung, der ja im Sozialgesetzbuch 11, SGB XI gelistet ist, sind das die beiden Hauptsäulen der Finanzierung ambulanter Pflege. Und der Unterschied ist, dass die SGB V-Leistungen vom Arzt verordnet werden müssen. Ja, genau. Und von der Krankenkasse sozusagen finanziert. Von der Krankenkasse, nicht von der Pflegekasse. Genau, genehmigt und dann finanziert werden. Genau, SGB XI ist Pflegekasse sozusagen. Die ein anderes Büro in der Krankenkasse ist. Ja, genau, ist tatsächlich eine andere Abteilung. Kurzer Exkurs zur HKP-Richtlinie. Wir haben da mal eine Recherche gemacht und das ist ja so ein wahnsinniges System, weil wir haben erstmal versucht zu recherchieren. Also erstmal geguckt, kommen wir an diese Verträge, um zu gucken, was steht denn in den unterschiedlichen Verträgen. Und das ist manchmal so wahnsinnig, dass, also wir wohnen ja im Grenzgebiet, wir kommen aus Niedersachsen, sind jetzt ein paar Kilometer gefahren nach Münster. Und je nachdem, in welchem Bundesland und welcher Vertrag du dann hast, kann das sein, dass in Osnabrück darf eine Pflegehilfskraft die und die Leistung erbringen. Fährst du zehn Kilometer weiter über die Landesgrenze, darf sie das nicht mehr. Also es ist so ein irrsinniges System, was auch keiner Logik irgendwie beinhaltet. Ja, genau. Das ist wirklich so. Das ist einfach durch die letzten Jahrzehnte so gewachsen. Da hat jedes Bundesland seine eigenen Regeln irgendwie aufgestellt. Ich glaube, ganz extrem ist das bei den Helferausbildungen. Das kriege ich jetzt nicht so ganz hin, weil meine Frau so den Personalteil bei uns macht. Es gibt ja jetzt neben der Ausbildung Pflegefachfrau, Pflegefachmann gibt es ja, oder Pflegefachperson heißt es, glaube ich, gibt es ja auch den Pflegefachassistenten. Also die einjährige Ausbildung. So eine Art Zusammenlegung, so habe ich das verstanden, aus damals, was Gesundheits- und Krankenpflegehelfer, Altenpflegehelfer war. Aber außerhalb von NRW irgendwie noch ganz viele andere Bezeichnungen. Also da muss es wirklich ganz, ganz viele Bezeichnungen geben für einen und diesen Beruf. Und die haben alle unterschiedliche Curricula, Curricula sagt man, glaube ich. Also total wüst. Also da liegt so viel, wenn wir über Effizienzsteigerung oder Geldeinsparen sprechen im Gesundheitswesen. Ich glaube, allein durch so eine Art Zentralisierung solcher Vorgänge würde man so viel Geld sparen. Wird jetzt aber auch vereinheitlicht. Der Referentenentwurf, der liegt vor, wird jetzt vereinheitlicht. Und ich glaube, die haben sich auf 18 Monate geeinigt. Ja, weiß ich nicht genau. Ich glaube, 18 Monate soll die Ausbildung jetzt bundeseinheitlich gelten. Also ich finde auch, da steckt auch so viel Intransparenz einfach drin. Also allein wie lange ich für diese Verträge zum Recherchieren, das ist ja total intransparent. Also du findest das ja auch als externe Person nicht so. Aber vielleicht für dich oder auch vielleicht für eure Hörer, vielleicht ganz interessant, die Pflegewelt ist jetzt, sag ich mal, zerstückelt von der Organisation der Kassen in sogenannte federführende Kassen. Also es gibt ein Federführungsprinzip. Jetzt zum Beispiel für Münster, Umland und so weiter ist die IKK Classic zuständig. Für, weiß ich jetzt nicht, keine Ahnung, Osnabrück und irgendwo drumherum ist irgendeine andere Kasse zuständig. Und die Berufsverbände, wie zum Beispiel der BPA, die führen Listen, wer wofür zuständig ist. Also da ist sicherlich immer so eine federführende Kasse, also auch die Abteilung der federführenden Kasse, immer ein guter Anlaufpunkt für Informationen und tatsächlich die Seite vom GKV-Spitzenverband. Ja, also im SGB-11 hast du den Rahmenvertrag, der gilt für das ganze Bundesland, sag ich mal, oder ich glaube, der gilt sogar für ganz Deutschland. Und dann hast du aber da unten drunter noch verschiedene, dann hast du den Versorgungsvertrag und dann hast du noch Vergütungsvereinbarung. Und eigentlich Rahmenvertrag und Versorgungsvertrag ist relativ stabil, aber die Vergütungsvereinbarung, die ist dann auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich und von Kassenverbund zu Kassenverbund auch. Also wir haben ja, das ist jetzt alles nur off-topic, im SGB-5-Bereich, da kriegen wir jedes Jahr von den Primärkassen, also das ist dann AOK, IKK, die Landwirtschaftliche und so weiter, kriegen wir einen Vertrag zur Unterschrift. Dann kriegen wir vom VDK, das sind die Ersatzkassen, Barmer, DRK, Technika und so weiter. Und dann gibt es die Knappschaft noch, da gibt es noch eigene Verträge. Und dann hier bei uns, jetzt nicht so in der Ecke, aber die Betriebskrankenkassen auch noch. So, aber es steht fast, fast immer das Gleiche drin. Aber wenn ihr mal richtig freaky Sachen machen wollt, dann müsst ihr euch mal die Verträge für Pflegeberater angucken, für Paragraf 45 SPF, da bauen wir nämlich gerade eine Abteilung auf. Da schlackerst du mir in den Ohren, das glaubst du nicht. Du könntest zu dem Entschluss kommen, dass das bewusst so ist, damit das keiner anbietet. Also wirklich, es ist total bekloppt. Jede Kasse will einen anderen Antrag, jede Kasse will ein anderes Nachweisformular zur Einreichung und dann auch noch irgendwie die Abrechnung soll anders aussehen. Aber wenn du dir das machst, du machst einen Pflegedienst neu auf, du bist voll motiviert, denkst Pflegeberatung ist ja ein super geiles Thema, fängst du damit an und dann kriegst du von deinem Verband, kriegst du die Sachen zugeschickt und denkst dir nur, what the fuck, was ist das denn hier? Ja, also das ist ja super unattraktiv, das zu machen als Pflegedienst. Pflegedienst. Ja, das ist tatsächlich, also das ist, kannst du ein bisschen unproduktive Zeit dadurch vielleicht produktiv gestalten, irgendwie das mal wo sein, aber wirtschaftlich attraktiv ist das sowieso gar nicht, also das ist weit davon entfernt. Und das ist eigentlich schade, gerade was das Thema Pflegeberatung angeht, weil das wäre ja super wichtig, wenn das auch von dem eigenen Pflegedienst irgendwie passiert, weil, ich weiß nicht, ob das die Hörenden wissen, je nach Pflegegrad bist du ja auch verpflichtet, Pflegeberatung anzunehmen. Und das macht ja noch weniger Sinn, wenn dein Pflegedienst das dann nicht macht, aus den nachvollziehbaren Gründen und du das dann von einer Pflegeberatungsseniorenstützpunkt oder so machst und also, Quatsch. Ja genau, wobei da wurde ja vor einigen Jahren tatsächlich da auch wirklich gut gegenreguliert, weil man festgestellt hat, ich glaube das war so ungefähr der Zeitpunkt, kurz bevor die Pflegegrade eingeführt worden sind, also 17 rum, da bekamen wir für diese, wie du gerade sagst, diese Pflichtbesuche, diese Pflegeberatungsbesuche nach Paragraph 37 SGB XI, bekamen wir, ich glaube 23 Euro oder so, kann man sich vorstellen, fährst da hin, berätst und wenn du das auch vernünftig machen willst, dann dauert das ja auch, selbst wenn du den schon kennst und du warst schon mal da, bist du nur 20 Minuten, halbe Stunde, aber kann ja auch mal länger dauern sogar noch und muss wieder woanders hinfahren. So und das hat sich dann, wir müssen ja alle nach dem Wirtschaftlichkeitsbrot in der Pflegewelt handeln, haben die Pflegedienste immer weniger dieser Beratungsbesuche gemacht, weil sie natürlich ihre Pflegefachkräfte für die Versorgung der Patienten eingesetzt haben. So und dann haben dann auch wohl irgendwann die Kassen mal gesagt, ja okay, wir wollen das aber weiterhin, weil das ja auch eine sinnvolle Sache ist, dann koppeln wir das jetzt nicht mehr an einen festen Euro-Wert, so wie bis dato, sondern an den Punktwert, den man verhandelt. In NRW hast du einen Punktwert, eine Ganzwaschung hat, weiß ich nicht, 710 Punkte mal den Punktwert, dann kommen da irgendwie 30 Euro raus oder was auch immer du verhandelt hast. So und seitdem das so ist, ist das auch eine finanziell tatsächlich vernünftige Leistung geworden, wo du auch als Pflegedienst sagen kannst, dafür kannst du auch eine gute Gegenleistung erbringen. Das auf jeden Fall. Aber darüber hinaus geht es ja noch, die Pflegeberatung geht ja noch viel weiter. Die sagt ja auch, du kannst den Patienten auch über mehrere Tage, Stunden begleiten und dem zeigen, wie er zum Beispiel die Kubikusprophylaxe macht, wie er mit dem Thema Ernährung umgeht oder ich weiß nicht was, Sturzprophylaxe, ganz viele Sachen. Und diese Leistung, die ist so wertvoll, weil die den pflegenden Angehörigen stärkt. Ja, und der wird ja gebraucht vor Ort. Wir haben jetzt einen Abstecher in den HKP-Bereich und alles drumherum, Pflegeberatung gemacht. Genau, aber jetzt nochmal zurück, ICW, was bedeutet das? Ja, also ich wusste das auch ganz lange Zeit nicht, obwohl ich natürlich den Begriff schon seit Ewigkeiten kenne. Aber, und das für alle Leute, die Interesse an Wundpflege haben oder mit dem Gedanken, schwanger gehen, vielleicht einen Wundpflegedienst zu gründen oder sich da zu engagieren, das lohnt sich total, sich damit zu beschäftigen. Ich habe nämlich leider damals den Fehler gemacht, dass wir alle anfänglichen, 2021 alle Wundmanager über die DEKRA haben qualifizieren lassen, ohne das jetzt abwerten zu wollen, aber das war rückblickend betrachtet eine ganz andere Auseinandersetzung mit dem Thema Wunde, als wir es dann kennengelernt haben, weil eine Mitarbeiterin ankam und sagte, ey Alex, ich würde meinen Wundexperten ganz gerne beim ICW machen. So, okay, ja, jetzt mach mal, was ist denn der Unterschied? Und dann, ja, ja, hat mir das dann erklärt und dann dachte ich, ja, mach mal und dann sammeln wir mal Erfahrung. Und da war sie so begeistert davon, weil das war ein ganz, ganz strukturiertes Curriculum mit praktischen Übungen vor Ort, also nicht online irgendwie, sondern tatsächlich eine Woche Theorieveranstaltung. Sie war dann in Hahn, hat dann da irgendwo, ja, hat diesen Kurs besucht und musste danach dann noch zwei Tage hospitieren. So, und daraufhin, um auf deine Frage, Christian, jetzt zu sprechen zu kommen, habe ich mal hinterfragt, was ist denn jetzt der Unterschied, ja? Und dann habe ich mal gegoogelt und dachte, okay, Initiative, chronische Wunde, kennst du ja schon seit Ewigkeiten. So, die setzen sich also damit auseinander, wie kann eigentlich die Wunde, die chronische schwerheilende Wunde, wie könnte die am besten versorgt werden? Damit fängt das an, ja? Also, die beschäftigen sich dann mit den S2, S3-Leitlinien zu den verschiedenen Themen, geben eigene Konsensusempfehlungen raus und machen natürlich auf der Basis dann auch seit über 20 Jahren, glaube ich, feste Weiterbildung mit immer mit dem gleichen Inhalt, ja? Also, du musst dich dann auch, wir haben das ja jetzt dadurch, dass wir das Wunschsiegel gemacht haben, kriegst du das natürlich auch noch viel intensiver mit. Das baut wirklich wie so ein Puzzle, sage ich mal, aufeinander auf. Also, ich kann das empfehlen, das ist, um in das Thema reinzukommen und fachliche Expertise aufzubauen, super wertvoll. Es ist auch deutlich aufwendiger als manch andere Wundexperten- oder Wundmanager-Kurse. Also, es gibt auch Wundexperte, Wundmanager, das sind so durcheinander gewirbelte Begriffe. Es gibt nicht den einen richtigen Begriff. Bei der DECA heißt es, glaube ich, Wundmanager bei uns auf dem Zertifikat und beim ICW heißt es Wundexperte-ICW, ne? Und wir machen das so, dass die Leute müssen das so machen, dass die Leute einmal im Jahr auch eine feste Rezertifizierung machen müssen, über einen Zeitraum von fünf Jahren. Also, du musst immer Punkte sammeln. Du kannst nach Bremen fahren zum Bund-Kongress. Das machen wir sowieso außer der Reihe. Wir haben jetzt hier auch bei uns im Haus mit einem Kooperationspartner dieses Jahr zwei eigene Rezert-Veranstaltungen gemacht. Wir haben nächstes Jahr noch zwei Stück und machen auch den Wundexperten-Kurs hier. Du kannst hospitieren gehen bei einem anderen Wundpflegedienst, um diese Punkte zu bekommen. Ich war zum Beispiel in Aachen, habe da bei einem Wundpflegedienst oder bei einem Wundzentrum hospitiert. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Aber du musst halt immer am Ball bleiben. Wenn du diese fünf Jahre verpennst, dann ist das weg. Dann müsstest du nur quasi den Kurs ganz neu machen. Und da sind die auch wirklich echt regeltreu, sage ich mal. Ist auch in Ordnung so. Und dadurch erreichst du natürlich auch ein vernünftiges Qualitätslevel. Und das ist jetzt so, ohne jetzt Serbung zu machen, ich bin Mitglied im ICW und selber Fachtherapeut und so weiter. Klar, es gibt auch andere, ja noch Kammerländer und Co. Da habe ich keinen Bezug zu, weil das ja so Süddeutschland und Schweiz ist. Da kenne ich auch niemanden, der den gemacht hat. Aber der ist auch bestimmt super gut. Aber für uns ist das hier das Ding, dass wir eigentlich sagen, jede Pflegefachkraft, die hier bei uns arbeitet und die Bock auf Wundpflege hat und hier ins Team soll, Wundpflegedienst, die macht einen ICW-Kurs. Ist für uns als Anbieter auch ganz vorteilhaft, weil wir dann auch wissen, wie ist dann der Wissensstand von demjenigen. Also weil den hat man ja so verinnerlicht. Du kennst das Curriculum, weil du es selber mal gemacht hast, weißt, wie du sammeln musst. Und das ist das Vorteilhafte, genau. Und die Kassen schreiben also nicht vor, was für eine Zertifizierung benötigt wird, sondern nur das eine benötigt wird? Nein, auch das nicht. Achso. Nein, auch das nicht. Die Kassen beim Stand heute, weil es gibt ja noch keine gültigen Verträge für Pflegedienste, es gibt welche für Wundzentren, für ambulante Wundzentren, aber nicht für Pflegedienste. Stand jetzt ist es so, dass du Leute beschäftigst, die einen Kurs haben im Bereich Wundmanagement von 84 Unterrichtseinheiten, die die Durchführung machen, also die jetzt, sag ich mal, die Versorgung machen. Und dann brauchst du eine Fachleitung oder Fachbereichsleitung, die kann auch die PDL, also Pflegedienstleitung sein, die mindestens 168 Unterrichtseinheiten hat. So, das sind erstmal so in der Wundversorgung. Das wäre sowas wie der Fachtherapeut. Das sind die beiden Qualifikationsvoraussetzungen. Die muss so Pflegefachkraft sein, aber sonst kannst du die Wundexpertenpflege auch nicht machen. Und dann musst du 10 Stunden, das ist allerdings Zeitstunden pro Jahr, an Fortbildung machen. Das ist noch nicht näher definiert, ob du das auch irgendwie hier in Eigenregime machen kannst, indem du eine interne Schulung veranstaltest oder ob du was Externes machst. Gegenwärtig ist das noch nicht näher geregelt. Genau, das sind so die harten Fakten, sag ich mal, für die Qualifikation ans Personal, die du aktuell haben musst für die zukünftige Spezialisierung. Und das Wundsiegel ist in meiner Wahrnehmung viel mehr, also viel praxisorientierter, weil es wirklich auch um die konkrete Versorgung geht. Also wie wird die Wundhygiene sichergestellt vor Ort? Einmal ein Straßensystem, dies und das, sterile Materialien, die nach links, nach rechts, nach oben und so weiter. Und das ist wirklich in einem umfangreichen Katalog. Ich glaube, wir haben da mittlerweile vier Qualitätsordner gefüllt an Prozessbeschreibungen dafür, die auch dann jeder kennen muss, der in dem Team arbeitet. Also das heißt, die Einarbeitung im Wundpflegedienst ist auch deutlich aufwendiger als jetzt im normalen pflegerischen Bereich. Aber nach hinten zahlt sich das aus, weil wir merken einfach, dass der Patient dadurch eine viel bessere Versorgung erhält, höhere Lebensqualität. Selbst wenn es eine Wunde ist, die vielleicht eine palliative Situation, die nicht mehr heilt, aber du kannst Situationen schaffen, dass es erträglicher ist. Dass der Geruch vielleicht nicht so deutlich ist oder die Menge des Exudats. Wir hatten jetzt tatsächlich kürzlich eine Präfinale oder eine Palliativpatientin, die dann auch jetzt verstorben ist, die hatte seit Jahren, hatte die zwei Fisteln, irgendwie ein TEP-OP, keine Ahnung. Und es ist ganz komisch versorgt worden, unsteril versorgt worden. Und dann sind wir noch mit dazugezogen worden, weil da ist wirklich der Pflegedienst morgens und abends gekommen und hat dann unsterile Saugkompressen draufgelegt. Wir haben das mal gewogen, versucht zu wiegen, da sind 400 Milliliter Exudat pro Tag rausgekommen aus diesen zwei kleinen Fistelgängen. Also eine ganz unschöne Situation für den Patienten auch. Also selbst morgens und abends machst du einen Wechsel, aber trotzdem, tagsüber ist die Kleidung nass und das Ding rutscht runter. Also da geht es auch darum, diese Situation einfach aufzuarbeiten, zu legen, welche Produkte können wir hier einsetzen, was können wir machen, damit man vielleicht mit einmal am Tag auskommt und der Patient nicht das Gefühl hat, dass die ganze Zeit das Bein nass ist. Oder aber auch einfach die Heilungsdauer, also dass die Wundheilungsdauer sich verbessert. Ich habe leider noch keinen Vergleich zu damals. Wir haben damals diese Kennzahlen nicht erhoben, aber wir erheben jetzt tatsächlich ganz penibel die Abheilungsdauer. Und wir sind jetzt bei 110 Tagen. Ich hatte jetzt gestern nochmal geguckt, roundabout 110, irgendwas Tage, ist im Durchschnitt eine chronische oder schwer heilende Wunde bei uns in Versorgung. Also nicht Jahre oder viele, viele Monate, sondern sage ich mal gut drei, vier Monate, kann man sagen. Und das ist schon echt ein guter Wert. Ich habe einen befreundeten Pflegedienst in Mühlheim an der Ruhr. Engel von der Ruhr heißt der Pflegedienst, über den wir nicht zu dem Thema kommen. Also schöne Grüße, Christian, Kerstin. Menschen, die bestätigen das. Also die haben auch Wundheilungsquoten. Die sind da schon ein bisschen weiter in dem Thema. Die sind sogar auch noch ein bisschen zackiger unterwegs bei der Wundheilung. Und das ist für den Patienten natürlich super gut, dass einfach die Versorgung, dass das Ding, was nervt, einfach schneller weg ist. Und volkswirtschaftlich gesehen auch. Wir hatten jetzt vorhin mal so das Beispiel Homecareer, ob ich eine Wunde konserviere, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass jeder Homecareer eine Wunde konserviert, um Gottes Willen. Aber wenn ich mein Geld damit verdiene, mit dem Handel der Wundauflage, dann möchte ich ja auch vielleicht viele Produkte verkaufen. Wenn ich aber im Fokus habe, dass die Wunde schnell abheilen soll, dann gucke ich auch genau hin, was brauche ich denn da eigentlich? Und dann nehme ich vielleicht Material, was vielleicht genauso gut ist, aber eigentlich preiswerter ist, oder vielleicht sogar deutlich preiswerter ist, aber den gleichen Zweck erfüllt. Und das ist, finde ich, heutzutage auch wichtig, dass wir volkswirtschaftlich gucken. Und ich bin noch ehrenamtlich in der Bundesarbeitsgemeinschaft Wunde aktiv. Das heißt, das ist so ein Zusammenschluss deutscher Wundpflegedienste und kleiner Homecareer und Wundzentren, die alle so zum Ziel haben, sich erstmal so miteinander zu verbinden. Und da ist so eine unserer Aufgabe aktuell, so einheitliche Kennzahlen zu erheben. Also wir möchten gerne das hinkriegen, über ganz Deutschland sagen zu können, wenn wir nach den und den Kriterien arbeiten, das können, müssen aber nicht auch zum Beispiel die Wundsiegelkriterien sein vom ECW, dann erreichen wir eine Wundheilungsquote von x Tagen. Oder es gibt da so bestimmte Assessments zur Lebensqualitätserhebung, dass wir da Aussagen treffen können, um dann wiederum auch mit Kostenträgern zum Beispiel ins Gespräch zu gehen. Weil das ist aktuell leider so eine verkantete Situation, die, soweit ich weiß, auch jetzt vor der Schiedsstelle liegt, die finden keine Vergütung. Also der Preis ist zu hoch, der Preis ist zu niedrig. Es wird schon so viel Geld ausgegeben für die Wundauflagen. Jetzt wollen wir nicht auch noch einen Spezi haben, der auch noch viel Geld kostet. Und das ist jetzt leider alles so ein bisschen Verfahren. Und da versuchen wir uns, oder verstehen uns so auch als BAG Wunde, das ist Bundesarbeitsgemeinschaft Wunde, so ein bisschen als Katalysator oder Türöffner, um den Leuten zu zeigen, so kann es in der Praxis laufen. Und das sind die Veränderungen, die eintreten, wenn wir danach arbeiten. Ich glaube, ihr habt auch eine Homepage, oder? Von der BAG Wunde? Ja. Genau, ja. Ja, das verlinken wir auch. Ich hatte da nämlich auch nochmal nachgeguckt. SAPV macht ihr nicht, ne? Nein, genau. Das ist die Palliativversorgung. Das machen wir nicht. Wir haben in Münster, als Beispiel, haben wir ein super tolles SAPV-Team, eine Arztpraxis auch. Aber Port-Versorgung macht ihr selber? Oder läuft das dann auch über den SAPV-Dienst? Das ist unterschiedlich. Also in der Regel macht das der SAPV, weil das für den Pflegedienst einfach ein riesiger Schulungsaufwand ist. Ja, genau, deswegen folge ich. Und wir haben, sag ich mal, pauschal, will ich sagen, gibt es keine Regel. Aber für Patienten, die schon bei uns sind und wenn die eine Krankheit erleiden, aufgrund derer eine Port-Versorgung notwendig ist, dann würde ich jetzt so sagen, komm, dann setzen wir uns alle zusammen, holen uns nochmal den Hersteller mit dabei und lassen uns alle nochmal schulen. Aber um das wirklich so im großen Stil zu machen und schnell und gut zu machen, sicher zu machen, musst du, glaube ich, ungefähr so, also wenn du auch jetzt nicht als Wundpflegedienst spezialisierst, musst du dich dann auch auf Port-Versorgung und karakterale Ernährung spezialisieren. Und das haben wir nicht. Das haben wir auch nicht vor. Da gibt es sicherlich andere Pflegedienste, die das können und machen und die sollen dann dazu zu kommen. Als du das gerade erzählt hast mit der Dauer für die Heilung der chronischen Wunde, kam mir sofort, gibt es Benchmarks? Offenbar gibt es keine, die ihr jetzt erheben wollt. Gibt es internationale Vergleiche? Nee. Also es gibt sicherlich hier und da immer irgendwelche Studien, aber mir ist jetzt nichts bekannt, wonach wir jetzt sagen könnten, wenn wir so und so arbeiten, tritt das und das ein. Das ist ja leider in der Wundversorgung alles noch sehr stiefmütterlich. Du hast ja auch die Situation, dass jedes Jahr die neue Diskussion irgendwie gefühlt aufkommt. Ja, was ist denn jetzt mit Silberprodukten? Sollen die jetzt vom Markt genommen werden? Hersteller, ihr müsst jetzt nachweisen, dass die einen Sinn haben. Dann wird, weil die Studien noch nicht abgeschlossen worden sind, sind ja riesige, riesige, riesige Themen. Dann wird das wieder um ein Jahr verlängert. Also da gibt es noch so einige Punkte und da zählt das mit den Benchmarks, denke ich, auch irgendwie mit dazu. Wir haben da einfach keine Daten. Wir können, glaube ich, für Deutschland auch gar nicht sagen, wie viele chronische Wunden haben wir denn eigentlich gerade? Also nach der Definition chronische Wunden, da gibt es ja verschiedene Zahlen. Acht Millionen, 400.000, das ist aber schon eine große Spannbreite oder irgendwas dazwischen. Woher kommt denn die Leidenschaft für so Wunde? Ich kenne auch ein paar Leute, die auch diesen ICW gemacht haben und die stehen voll auf Wunden. Und ich denke so, was ist denn daran so toll? Also liegt es vielleicht daran, dass die da beim ICW das so gut hinkriegen, irgendwie so eine Passion zu entwickeln? Oder woher kommt die Lust auf Wunde? Ich glaube, die Passion ist schon vorher da. Was ich jetzt so für uns rausgefunden habe, ist, ich habe ja den Vergleich, normaler Pflegedienst zu Wundpflegedienst. Normaler Pflegedienst, ziehst du deinen Sinn als Pflegeperson, ziehst du ja aus der Tätigkeit, dass der in der Regel ältere Mensch möglichst lange zu Hause leben kann. Aber du erlebst, das ist Altenpflege, du erlebst eigentlich immer kleine, mal große Abstiege, die den Allgemeinzustand, das Alter irgendwie verschlechtern. Du therapierst in dem Sinne ja nicht. Und das finde ich, ist bei der Wundpflege so mega cool, weil wir in der Altenpflege oder wir Pflegekräfte da in die Situation gebracht werden, dass wir wirklich Menschen therapieren können. Die Wunde verschwindet, nachdem wir fertig sind. Oder ist zumindest so versorgt, dass er besser damit leben kann. Also du hast Erfolgserlebnisse. Erfolgserlebnisse. Das, was jeder Arzt oder fast jeder Arzt macht, du gehst zum Arzt, du hast Zahnschmerzen, du hast Zeh, du hast einen Rücken, ich weiß nicht was, der macht irgendwas und im besten Fall da gehst du gesund wieder nach Hause und dann beziehst du als Arzt daraus ja auch ein Selbstbild, positives Selbstverständnis. Das, was ich mache, ist was Cooles, was Gutes. Ich heile hier jemanden. Und das ist etwas, was wir in der Wundpflege auch können. Zwar haben wir immer noch natürlich den Arzt, der sagt, so und so soll es gemacht werden. Ja, oder das soll, sagen wir in der Regel, machen einen Vorschlag im Dialog. Aber die Anordnung macht immer noch natürlich der Arzt. Das ist auch so ein bisschen, ihr hattet im Vorfeld mal so eine Frage irgendwie gestellt, was gibt es denn für Herausforderungen in der Wundpflege? Und das ist so eine der zentralen Herausforderungen, so die Heilkundeübertragung, diese Regelung. Das ist ja theoretisch total gut gedacht. Aber aktuell haben wir das nicht und ich weiß auch nicht, ob wir es in fünf Jahren haben. Jetzt ist es mega müßig. Wir fahren irgendwo hin. Der Klassiker ist, ein Patient ist beim Haus, Arzt und dann ruft er hier an oder der Arzt ruft hier an oder eine Sprechstunde und sagt, er hat irgendwie ein offenes Bein, müssen wir mal gucken und so. Ja, okay, wir gucken uns das mal an. Fahren wir nach Hause, sehen dann, oh, alles klar, da muss man was machen und dann gehen wir hin und sagen, jetzt bräuchten wir eigentlich erstmal eine Überweisung zu einem Facharzt, der mal den Gefäßstatus erhebt. Haben wir es hier mit einem Ulchus Chorus Venosum, Atheosum oder ein Gemischtes zu tun? Und was ist dann nachher die Kausaltherapie, um damit umzugehen? Und das ist aktuell total müßig, weil du musst immer über den Arzt gehen. Also du kannst nicht irgendwie direkt sagen, okay, jetzt habe ich hier ein Gerät, damit kann ich das machen. Man kann mit so einer Dopplersonne ein bisschen hier die Fußpulse machen, klar, aber eine vernünftige Sache, Diagnostik zu fahren, muss immer der Facharzt erstmal machen. Oder vielleicht hat das auch der eine oder andere Hausarzt, aber das dauert. Oder wenn sich eine Wundsituation verändert, eine Krankenhauseinlassung kommt, Freitag um 12 Uhr. Klassiker. Ja, genau, der Klassiker. Also wir nehmen nur noch Freitag bis 10 Uhr auf, danach machen wir das gar nicht mehr. Verstehe ich. Und immer, wenn sich etwas verändert an der Wundsituation, nach oben oder nach unten, dann ist es total egal, dürfen wir nicht selber entscheiden. Ja, wir müssen immer unseren Leumund fragen, den Arzt, ja, oder informieren, sagen, werden Sie damit einverstanden, das so und so zu machen. Die Ärzte, mit denen wir jetzt so zu tun haben und die das gut finden, was wir machen, ja, mit denen haben wir mittlerweile eine Situation, eine Arbeitsbeziehung, die sagen in der Regel, ja, ist okay, hey, machen wir, ne. Das ist ein ganz tolles Beispiel. Wir haben seit Jahren eine Patientin, wirklich seit Jahren, die hat eine inkonschinenz-assoziierte Dermatitis, ja. War aber damals als Dekubitus irgendwie missverstanden worden. Ja, und wir versuchen wirklich seit Jahren, bitte, bitte, lieber Arzt, für vier Wochen einmal ein vernünftiges Hautschutzprodukt, ja, so eine Barrier-Creme, Spray, haben wir jetzt gekriegt, fangen wir jetzt am Freitag mit an, ja, hat wirklich jetzt mehrere Jahre gedauert, ja, die Frau hat seit Jahren eine Wunde am Hintern, ja, da kommt Octenisept drauf, da haben wir schon demonstriert, machen wir nicht mehr, ne, da kommt Schaumverband drauf, das kostet so viel Geld, aber irgendwie, das läuft so mit durch, ne, und dann stelle ich mal einmal zu sagen, jetzt müssen wir einmal, wirklich mal, vielleicht auch für die vier Wochen wird es jetzt nochmal deutlich teurer, ja, im Vergleich zu dem Schaumverband, aber danach ist die Patientin, weil weg, das verstehen die wenigsten, genau, dann ist es weg und danach wird die Patientin, das hatten wir dann auch mit dem Angehörigen besprochen, wird sie quasi ein, ich nenne es jetzt mal leichteres Hautpflegeprodukt benutzen, wo auch so ein Schutz drauf, darf er jetzt keinen Produktnamen sagen, ne, denke ich mal, draufkommt, das zahlt sie dann auch selber, es wird dann nicht mehr von der Kasse übernommen, aber das sind dann 30, 40 Euro im Monat, ja, und dann wird das wahrscheinlich so bleiben, dann ist es in Ordnung. Und der Arzt, welche Motivation hat er, sich dann dagegen, also, das sozusagen, nee, wir machen das jetzt nicht, ist das wahrscheinlich was Finanzielles. Ich glaube, er hat keine Motivation. Okay. Nein, 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 er hat keine Motivation, das nicht zu tun, sondern er wird, glaube ich, eher unter Druck gesetzt, durch diese Regresssysteme, die sind mir ja nicht vertraut, im Detail, etwas nicht zu tun, ja, oder etwas, etwas anderes zu verordnen, ja, das sind dann so ganz paradoxe Sachen, wie sterile oder unsterile, einmal kompressen, ja, wenn man den relativen Kostenunterschied sich anguckt, ist eine sterile Kompresse vielleicht 200 oder 400 Prozent teurer als eine unsterile Kompresse, aber jetzt mal in absoluter Zahl ausgedrückt, spreche ich da irgendwie über ein paar Cent, also das fällt nicht ins Gewicht, aber die Gefahr damit, eine Wundinfektion sich einzuhandeln und wer weiß, was für ein Ding da rauszumachen, die ist größer, ja, so und das ist auch eine Herausforderung für uns, weil wir ja auch nicht selber entscheiden dürfen als Pflegekräfte, wir machen da jetzt das und das drauf, sondern müssen wir erst mal die Arztpraxis, die Arzthelferin in der Regel, die MFA überzeugen, dass wir mal mit dem Arzt sprechen müssten, wegen der sterilen Sache oder der unsterilen Sache, wegen der Wundspüllösung oder wegen dem und das, und das ist alles super zeitaufwendig und das ist ja alles eine Zeit, die ist auch in dem System, die ist nicht refinanziert. Und vor allem ist es unlogisch. Total. Also in der Regel wissen ja auch die MedizinerInnen, dass sie das Thema Wundversorgung einfach nicht drauf haben und es ja auch gerne an jemanden abgeben, der es kann, aber dann kommt wieder diese Unwissenheit, ja, ist das jetzt das Richtige, kann ich mich auf den verlassen und so und deswegen machen die das dann häufig nicht. Ich habe im Krankenhaus, ich habe eine Situation erlebt, da wollte eine Ärztin, die Wundversorgung machen und hat dann eine Wundauflage auf die Wunde gelegt, mit dem Plastik unten dran und hat sich gewundert, warum es nicht hält. Und ich stand halt daneben und frage, soll ich Ihnen helfen? Also weißt du, irgendwie hält er dir nicht. Also es ist einfach wirklich ein Problem und ich finde, da beißt sich die Katze so ein bisschen in den Schwanz. Also auf der einen Seite bilden wir ExpertInnen dafür aus, seit mehreren Jahren und auf der anderen Seite gibt es irgendwie Personen, die sagen, nee, die ExpertInnen können wir jetzt irgendwie nicht ans Werk lassen, weil sonst kriege ich Probleme. Ja, dann gibt es halt ab und komplett dahin. Genau, da gibt es halt eben noch nicht den Weg für und das soll mit der Heilkundeübertragung dann ja irgendwann mal anders werden, aber ob dann die Pflegekraft, die Pflegefachpersonen dann irgendwie ein Budget bekommt oder sowas, ist ja auch unklar aktuell, dass sich irgendwas tun muss, ist klar, wird sich auch was tun, und das ist auch super. Soweit ich weiß, ist in der Medizin, gibt es diesen Bereich chronische oder schwer heilende Wundversorgung, gibt es gar nicht. Es ist gar nicht existent. Oder die Kompressionstherapie, habe ich mir mal sagen lassen, dass das irgendwie zwei, weiß ich nicht, zwei Stunden, zwei Unterrichtseinheiten oder so sind in der Ausbildung. Ist ja bei uns in der Pflege auch nicht viel anders. Wie viel Zeit wird darauf verwandt, auf vernünftige Kompressionstherapie zu erlernen? Nicht viel. Wir hatten jetzt die Tage noch wirklich einen Arzt, einen Gefäßchirurgen, der Patientin, diabetisches Fußsyndrom, fibrinbelegte Wunde unten drunter, ich weiß nicht, wie das unter dem Fuß aussah, also innen drin, wer weiß, was da schon alles betroffen war. Wenn ich euch jetzt sage, dass der Arzt gesagt hat, zu der Patientin, die sollte da mal mit einem Bim-Schwamm rangehen und das mal abmachen, dann liegt der genau richtig. Du fehlt noch der Honig oben drauf. Ja, genau. Was du vorhin gesagt hast, mit der Person, mit dem vielen Exudat, und ich habe mich gefragt, gehört zu der ICW-Ausbildung auch solche Aspekte wie Körperbildstörungen, weil so eine Wunde ja auch mal hässlich sein kann oder auch tatsächlich im Alltag total einschränkend sein kann. Inwieweit geht ihr denn auf diese Situation ein, also auch Beratungsleistungen? Ja, genau. Die Edukation da ist wichtig. Also, ich sage mal, der Sammelbegriff dafür ist die Steigerung der Lebensqualität. Und das ist tatsächlich auch wirklich ein zentraler Punkt, um den es sich auch bei einer Wundweiterbildung auch handeln sollte. Und ich weiß, dass im Curriculum des ICW ist das auch wirklich so benannt. Du liest es überall. Es ist fast schon ein bisschen plakativ, dass man immer sagt, die Lebensqualität verbessern. Aber das ist genau der springende Punkt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich die Lebensqualität des Patienten verbessern? Und das muss nicht immer die Wundheilung sein. Natürlich ist das der wünschenswerte Zustand, logisch, klar. Aber es gibt einfach Situationen, da gibt es entweder Sachen vorher, die wichtiger sind für den Patienten, wenn der noch arbeiten geht, wenn der sozial isoliert ist aufgrund der Wunde, weil die ganz unangenehm riecht. Dann ist ein Produkt, wo der Geruch gebunden wird, irgendwas Kohlehaltiges oder so. Die Wundinfektion vielleicht, wenn es da eine geben sollte, die zu bekämpfen, steigert die Lebensqualität. Auch wenn sie nicht sofort die Wundheilung abschließt. Aber dann traut der Patient sich vielleicht wieder auch einfach mal rauszugehen vor die Tür, was dann wiederum im weiteren Sinne vielleicht die Muskelpumpe anregt und der wieder eine bessere Durchblutung im Bein kriegt. Also es gibt so viele Sachen, die zusammenhängen. Aber die Lebensqualität ist definitiv bei unserer Arbeit, also im Wundpflegedienst, ein ganz zentrales Thema, was oberhalb noch vor der Wundheilung steht. Ich glaube, das Faszinierende an der Wundversorgung ist auch, oder so habe ich das immer so empfunden. Keine Wunde ist ja wie die, also das ist ja kaum zu vergeichen. Es sind immer, es bedarf auch immer neue Überlegungen. Okay, wie machen wir das jetzt? Und dann auch in der praktikablen Handhabung, welche Körperstelle ist überhaupt betroffen? Also das ist ja, hat ja auch viel mit Kreativität zu tun. Wie ist es denn, wenn du jetzt, also bleiben wir mal bei der Person mit dem Ulkus am Bein. die hat jetzt eine Verordnung bekommen vom Arzt und ihr übernehmt da die Wundversorgung. Dann habt ihr die vielleicht nochmal, die Person nochmal zu einem Spezialisten geschickt und du weißt jetzt, okay, für diese Wunde brauchen wir jetzt die und die Wundauflage oder das und das Produkt. Werdet ihr überschwemmt von Anbietern von Wundauflagen oder, weil das ist ja dann, es gibt ja tausend Anbieter und dann, was nehme ich dann? Nehme ich dann das, wo ich schon immer mitgearbeitet habe oder wonach entscheidet ihr das? Genau, also grundsätzlich hast du recht, keine Wunde ist so wie irgendeine andere Wunde. Das ist, wobei es schon sicherlich sowas wie eine, ja, wie eine Ähnlichkeit gibt, klar. Und das ist auch so der Punkt, der für uns wichtig ist, diese Ähnlichkeit zu erkennen und zu sagen, da haben wir gute Erfahrungen gemacht mit den und den Produkten und wir haben für uns, sag ich mal, jetzt nicht unbedingt auf den Einser oder den Zehner gerundet, aber wir haben, ich glaube in Deutschland sechstausend, sieben, ich weiß nicht, sechstausend zugelassene Wundauflagen, Wundverbandsmaterialien und die kannst du ja gar nicht im Blick haben, welche es da jetzt genau gibt, mit welchem Punkt und so weiter, ja, aber wir haben durch unsere Arbeit, wir haben zum Beispiel einmal in der Woche eine Wundrunde und so ein festes Tagesordnungsprotokoll und eine der letzten Fragen ist immer, habt ihr irgendwie, ein Produkt kennengelernt, was wir unserer Standardliste hinzufügen sollten. So, das heißt, Standardliste heißt, da sind jetzt so um die 50 Produkte drauf, ja, also ich muss jetzt nicht 27 verschiedene sterile Kompressen haben, wenn ich weiß, dieses eine, wir haben übrigens noch einen zusätzlichen Gast im Raum, einen Hund. die kleine Flocke. Der ist so groß wie der Raum, das muss man dazu sagen. Genau, ich muss also jetzt nicht alle 27 Anbieter kennen, die sterile Kompressen irgendwie auf dem Markt haben, ja, wenn ich da einen habe, ja, und ich weiß, der ist preiswert, der ist gut, dann ist das in Ordnung und so ist das bei einem Schaumverband auch. Wenn ich weiß, ich habe einen Schaumverband für die und die Situation mit einem adressiven Kleberand oder ohne, wie auch immer, den kann ich gut schneiden, also wenn ich weiß, dass das Produkt schon mal gut im Einsatz war oder erfolgreich im Einsatz war, dann kommt das auf unsere Liste. Das sehen wir dann gemeinsam, also stellen wir gemeinsam fest so und dann nehmen wir es auf. Das hat natürlich auch den Vorteil, je weniger Produkte wir auf dieser Liste stehen haben, desto besser sind wir in dem Umgang damit auch geschult, ja. Ein gutes Beispiel sind auch Kompressionswickel, Kompressionstherapie, da gibt es ja auch ganz, ganz viele verschiedene Sachen, ne. Wir versuchen schon auch, dann ein bestimmtes Produkt auch zu empfehlen, ja, unabhängig jetzt von der medizinischen Sinnhaftigkeit, ja, dass jede Kompressionstherapie mit einer Unterpolsterung, mit einem Schlauferband und so weiter läuft, ne. Da gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten und da sind wir schon bestrebt nach Möglichkeit, wenn wir die Wahlfreiheit haben, auch dann zu sagen, also wenn es jetzt egal ist, welches Produkt, dann hätten wir jetzt gerne das hier, weil der Patient hat juckende Beine. Da gibt es also extra Verbände, die sind auch ein bisschen feuchter, die haben Zink, Kamille, whatever drin, ja, oder einfach die, die haben eine gute Passform, aber es gibt zum Beispiel, ja, von Urgo K2, der hat eine etwas andere Wickeltechnik als ein normaler, als ein normaler Pütterbinder oder irgendwas, ja. Das musst du alles wissen. So und je mehr du im Einsatz hast, desto mehr müssen ja auch dann die Wundpflege, also die Wundexperten irgendwie wissen, wie es funktioniert. Also hast du per se irgendwie so dein Standard, ne. Und der Standard, das ist ganz wichtig, der hat jetzt nichts damit zu tun, dass es jetzt das Produkt ist, was am billigsten ist, das Produkt ist, was am teuersten ist oder ich weiß nicht was, sondern es muss in erster Linie das Produkt sein, was wir am geeignetsten halten für die Situation vor Ort, ne. Und dann sagst du, okay, wir brauchen jetzt diesen Schaumverband und er rufst dann bei dem Arzt an und sagst, ich brauche eine Verordnung für diesen Schaumverband. Oder wie ist dann der Prozess? Also ich sag mal konkret, also ähnlich, genau. Also vom Prinzip her so, bei uns läuft der ein bisschen anders ab. Wenn wir jetzt sehen, okay, die und die Wunde, das könnte das und das sein, da wäre das und das sinnvoll, dann machen wir eine Information und Materialanforderung. Das ist bei uns so aus unserer Software heraus. Es ist einfach wirklich eine Word-Vorlage, die mit den Patientendaten gefüttert wird. Und dann schreiben wir da rein, das ist dann unterteilt. Wir haben zum Beispiel dann die Wundreinigung als eine Phase, wo wir reinschreiben, was wir brauchen. Da würden wir das konkrete Produkt schreiben mit der PZN-Nummer, also der, heißt es, pharmazeutische Bip-Bip-Bip-Nummer, ne. Also unter der ist jedes Produkt einzigartig identifizierbar. Schreiben, ja genau, also da gibt es einmal den Bereich Wundreinigung, dann gibt es einmal den Bereich Primärverband. Das wäre also dann die Hauptaufgabe der Wundauflage. Das könnte jetzt, weiß ich nicht, silberhaltiger Hydrofaser sein oder ich weiß nicht was. Ja, dann noch vielleicht was zum Abdecken, das wäre dann der Sekundärverband. Und dann haben wir noch einen Punkt unten drunter, Kausaltherapie und Verordnung, wo wir dann reinschreiben, wenn zum Beispiel bei einem Ulcus corus venosum, da ist die Kompressionstherapie immer Mittel der Wahl, Lymphdrainage und so weiter. Das würden wir da mit reinschreiben und für unsere Arbeit würden wir auch noch mit angeben, was wir dann für eine Verordnung brauchen, häusliche Krankenpflege. Also ich sag mal, die meisten Verbände sind irgendwie zwei-, dreimal wöchentlich. Also würde dann draufstehen auf der Verordnung, chronische Wundversorgung, zwei- bis dreimal wöchentlich. Und dann die Produkte, wiederum, die kommen auf ein ganz normales Rezept. Die gehen auch nicht aufs E-Rezept, also auf diese Gesundheitskarte drauf. Das läuft aktuell noch wirklich ganz klassisch auf dem rosa oder grünem Rezept vor einigen Sachen, ja. Das heißt, das ist wahrscheinlich ein Prozess gewesen, den ihr jetzt so, damit ihr keine falschen Rezepte bekommt und das mal umtauschen müsst und so. Genau, die Fehlerquote, die ist nämlich immer ziemlich groß, sowohl bei dieser Verordnung, das ist das Formular 12, wo der Arzt dann immer ankreuzen muss oder die Arzthelferin, aber da gibt es ganz viele Punkte drin, die irgendwie, ja, leider dann auch irgendwie bei der Kasse dann zu einer Ablehnung führen könnten, ne? Und bei den Rezepten ist es genau das Gleiche und da gibt es dann einfach, wenn du jetzt sagst, ah, keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade ein, Biataidenschaumverband, kannst du nicht einfach draufschreiben, weil den gibt es in Rundeckig, Sakral, 5x5, 10x10, ich weiß nicht, irgendwas alles. Also je detaillierter du das schreibst, desto einfacher machst du es auch für dein Gegenüber ja dich zu verstehen, ja, und vor allen Dingen auch, vielleicht auch ein bisschen Psychologie, dadurch, dass du halt schon mal den Vorschlag machst, den konkreten Handlungsvorschlag, ist es ja für den Arzt auch einfacher zu sagen, ne? Vor allem mit den Nummern schon, du hast ja Serviceleistung. Ja, auf jeden Fall, du hattest das ja vorhin auch gesagt, Ärzte haben einen riesen, Hausärzte gerade einen riesen Themenbereich abzudecken, da ist die Wundversorgung ein ganz kleiner da drin, der hat ja ganz viele andere Hauptbereiche, also ist der, das ist so unsere Erfahrung, in der Regel erstmal dankbar dafür, wenn er einen Handlungsvorschlag kriegt. Wenn er dann auch noch mit der Zeit spürt, dass dieser Handlungsvorschlag inhaltlich, also qualitativ vernünftig ist und auch volkswirtschaftlich berücksichtigt, schrägstrich natürlich sein Budget berücksichtigt, und nicht unbedingt jetzt das Vertreterauto fördert, dann baut sich über die Monate oder Jahre, Jahre kann ich jetzt noch nicht sagen, über die Monate baut sich dann auch, denke ich, eine vertrauensvolle Beziehung auf. Dann wird das, was ich vorhin als Herausforderung nannte, immer einfacher. Wo du am Anfang vielleicht riesige Bretter bohren musst, um deine sterilen Kompressen zu kriegen, ist dann vielleicht nach einem halben Jahr, wenn es doch schon mehrfach geklappt hat und kein Regress ins Haus geflattert ist, dann sagt man, vielleicht auch eher, okay, da kommt der Zettel jetzt vom Bund Pflegedienst, komm, machen wir jetzt so. Und so mit persönlicher Schutzausrüstung, sterile Handschuhe und sowas, das läuft extra, das finanziert ihr, müsst ihr selber bezahlen, sozusagen. Ja, genau. Also die PSA sowieso, das steht auch in jedem Versorgungsvertrag so drin, dass das der Pflegedienst selber mitbringt. Bei der Wundversorgung haben wir, das ist eines der großen Learnings, sag ich mal, Veränderung betrifft die Wundhygiene. Also das Arbeiten hört sich jetzt blöd an, ich weiß das, aber das Arbeiten mit sterilen Materialien. Wir bekommen aktuell in Nordrhein-Westfalen für eine Wundversorgung 23 Euro. Eine Wundversorgung, jeder hier weiß, wie lange das ungefähr so dauert. Wenn man eine vernünftige Nassfaser am Anfang macht, dann dauert das auch mal 20, 30 Minuten so eine Wundversorgung. 23 Euro. So, dafür fahren wir hin und fahren wieder weg. Und wir kaufen davon so ein Wundverbandswechselset. Das heißt, das ist eine sterile Unterlage drin, wo wir dann die Materialien aufbereiten. Da sind sechs sterile Kompressen schon mal drin, ein paar Tupfer, zwei sterile Pinzetten, eine sterile Schere. So, das ist so die Basis, sag ich mal, für jede Wundversorgung. Also wenn hier unsere Wundpflegekräfte morgens losdüsen, dann haben die ihre Wundtasche mit dabei und da sind dann auch entsprechend ihrer Anzahl an Wundversorgung auch entsprechende Sets mit dabei. Und das kann ich nur jedem empfehlen. Ja, das kostet auch irgendwie zwei, drei Euro so ein Set. Das geht von dem nochmal runter, aber also ob man jetzt, sag ich mal, drei Euro Verlust macht oder sechs, ist dann auch nicht mehr wichtig. Sollte man trotzdem machen, weil damit könnt ihr die Wundheilung wirklich signifikant im ambulanten Bereich unterstützen. Vernünftige Wundhygiene. Es ist, glaube ich, der größte Hebel, den wir auch als normaler ambulanter Pflegedienst haben, ist die Wundhygiene nochmal zu überdenken. Jetzt hast du so ein bisschen gesagt, was es so kostet. Mich würde mal interessieren, die Weiterbildung ICW-Wundexperte würde ja auch was kosten und dem gegenüber stehen jetzt die Personen, die das jetzt durchführen und ist es, also gibt es einen Return on Investment, also könnt ihr damit Geld verdienen als spezialisierter Pflegedienst für die Wundversorgung oder ist das, wir tun den Personen etwas Gutes, weil der Bedarf so groß ist. Definitiv. Also aktuell ist das so, dass es kaum, ich will nicht sagen, dass es eine gibt, aber dass es kaum ein Setting gibt einer ambulanten Versorgung, wo die chronische Wunde irgendwie einen positiven Deckungsbeitrag erzielt, also was übrig bleibt. Das ist, glaube ich, nicht der Fall. Es mag im Laufe einer Versorgung eine Phase geben, wenn die Epidialisierung sich einstellt und du tatsächlich nur noch den Schaum drauf klebst, dann bist du da vielleicht in fünf Minuten fertig oder so. Dann macht das sein. Dann bleibt vielleicht sogar was übrig. Aber in allen anderen Settings in der Regel nicht. Es kann sein, dass wenn du zum Beispiel eine Kompressionstherapie machst zusammen mit der Wundversorgung, vielleicht noch zusammen mit einem pflegerischen Einsatz, also Körperpflege, nicht duschen, sondern beim Waschen helfen, dann mag das auch sein, dass es vielleicht einen positiven Deckungsbeitrag gibt. Aber das ist bei weitem nicht die Regel. Das ist ja auch das große Dilemma. Deswegen gibt es oder deswegen gab es in den letzten drei, vier Jahren einen riesigen Weiterbildungsansturm in NRW vor allen Dingen, weil wir von allen Bundesländern glaube ich das Bundesland sind, was noch die in Anführungsstrichen besten Voraussetzungen hat für die Wundversorgung, aber die sind nicht in Ordnung. Und jetzt sind wir aber in der Situation, wo sich das ja so ein bisschen Ernüchterung eingestellt hat. Es geht nicht voran seit Jahren, es gibt keine Verträge. Das heißt, die Weiterbildungsinstitute, weil wir ja auch die Rezet-Veranstaltung hier mit einem Weiterbildungsträger machen, die haben auch immer weniger Wundexpertenkurse, weil die Pflegedienste, Altenheime, die investieren einfach weniger aktuell in das Thema oder Altenheime, die Leistungserbringer, weil es nicht rentabel ist. Wir als Pflegefreunde kann ich euch sagen, wir finanzieren diesen Bereich quer. Wir sind ein relativ großer Pflegedienst. Das heißt, das, was wir an positiven Deckungsbeitrag erwirtschaften im Bereich der normalen Pflege, sag ich mal, wird zum Teil auf jeden Fall auch sicherlich die Wundpflege subventionieren bei uns. Ich sehe das, wie du das sagtest, als einfach super wesentlichen Baustein für zu Hause, weil es wird immer mehr oder es gibt jetzt schon immer mehr blutige Entlassungen. Also die Nachfrage nach einer vernünftigen Anschlussversorgung, die ist jetzt schon super groß. Die wird auch nicht kleiner werden mit der Zukunft. Das ist der eine Punkt. Also für den Patienten ist es ein Riesenbenefit, wenn du als Pflegedienst so arbeiten kannst. Und ich bin nun mal ja auch mit der anderen Seite auch Kaufmann. Ich sehe das auch als Investment. Ich sehe das natürlich auch als etwas, wo ich jetzt sage, okay, ich baue jetzt etwas auf, einen Wundpflegedienst, der ganz Münster auch abdeckt. Das heißt, wenn irgendwann mal der Zeitpunkt kommt, dass zum Beispiel die Verträge etabliert sind und die sind vernünftig, dann lohnt sich auch kaufmännisch gesehen das. Aber wie das mit allen Sachen im Leben ist, zumindest im Berufsleben, alles hat irgendwie eine Grenze. Die haben wir aber noch nicht definiert. Also ich glaube nicht, dass wir jetzt noch irgendwie zehn Jahre sagen würden, ja, wir lassen das jetzt so laufen und finanzieren das quer, weil das auch einfach immer weniger, wir hatten es ja eingangs mal im Vorgespräch über das Tariftreue jetzt die Auswirkungen auf Pflegedienste. Also die Luft zum Atmen ist sowieso schon recht dünn für Pflegedienste geworden und auch für uns. Das heißt auch das, was wir dann an Luft noch in den Wundpflegedienst überführen können, wird auch weniger. Also wenn ich mir das so anhöre, dann frage ich mich, also du machst ja etwas, worauf sich gesetzgebende Institutionen ja verlassen können, weil du bist ja nicht der einzige Pflegedienst in Deutschland, der das so macht und der die gleichen Situationen sozusagen hat und die könnten ja jetzt sagen, ja, wieso, der Bedarf ist ja erstmal so gestillt, Pflegedienste kommen klar. Müsste man nicht ganz aktiv sagen, nö, ich versorge das nicht mehr. Ich habe zwar die Frage, aber ich mache es nicht mehr. Und wenn der Bedarf so groß ist, dann zwinge ich durch diesen Bedarf den Gesetzgeber, das zu verändern, weil dann habe ich die Expertise und dann bin ich in der Position. Aber solange du so weitermachst, können sich ja alle zurücklehren und sagen, wieso, läuft doch, ist kein Handlungsbedarf. Ja, bin ich voll bei dir. Das würde jeder Funktionär irgendeiner Lokführer-Gewerkschaft oder Autokonzern-Boss oder ich weiß nicht was, würde das genauso machen. Der würde es einfach nicht mehr machen. Wir haben halt irgendwie ein bisschen was anderes in uns, glaube ich. Und wir haben auch eine Verantwortung einem Menschen gegenüber. Ja, aber wenn du pleite bist, hast du auch Verantwortung gegenüber deinen Mitarbeitern. Genau, deswegen alles hat eine Grenze. Wir haben zum Beispiel von der großen grünen Kasse ein Angebot bekommen. Ach, wir könnten doch jetzt für 35 Euro die Wundversorgung machen. Verträge gibt es ja nicht, aber wir können doch Selektivverträge machen. Könnt ja 35 Euro, könnt ihr das ja machen. Aber dann haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Weil wenn wir jetzt sagen, okay, komm, für 35 Euro machen wir das, dann verhungern wir wirklich an der langen Hand. So nach dem Motto, ja, dann können wir ja das andere Verfahren für den spezialisierten Vertrag, das einfach mal auf den St. Nimmerleinstag vertagen juristisch. Und so lange zahlen wir 35 Euro. Da wäre auch die Kompressionstherapie damit inbegriffen. Das heißt, jetzt kriegen wir 23 Euro für die Wundversorgung und ich glaube, für den Kompressionswickel 13 Euro. Ja, also fahren wir fast genauso gut, wenn wir es nicht machen. Gut, ja. Ja, also ich bin da voll bei dir. Das ist nichts, was wir unser Leben lang einfach so machen werden können. Das wird niemand machen können. Ja, und es gibt sogar auch die große grüne Kasse, hat in Hessen gesagt, ein Mitglied auch aus der BRG Wunde, sollten das doch dann so machen. Die kriegen, glaube ich, 10 Euro für eine Wundversorgung, habe ich gehört. Das ist Halbwissen jetzt, das ist ein bisschen Halbwissen, aber korrigiert mich gerne, wenn das anders ist. Da wurde von Seiten der Kasse gesagt, macht das doch so wie alle, finanziert euch doch über eure Wundauflagen. Wir sind Pflegedienst, wir dürfen das per Versorgungsvertrag nicht, steht doch in den Verträgen drin, dass wir hier keine Produkte verkaufen dürfen an den Patienten. Ja, das machen doch alle anderen auch. Ja, aber wir dürfen das doch nicht. Ja, aber das machen doch Homecare auch. Ja. Was war das jetzt? War das jetzt eine Aufforderung zum Abrechnungsbetrug von der Kasse selbst? War das eine Businessberatung, ein Homecare-Unternehmen zu gründen? Ich weiß es nicht. Das ist aber eine verrückte Situation. Ich glaube aber, was man auch nicht unterschätzen darf, ist der weiche Faktor, der da mit rein spielt, dass eventuell ja auch deine Mitarbeitenden sich nochmal wertgeschätzter fühlen und dadurch dann sagen, okay, das ist ein guter Arbeitgeber, weil ich bekomme Fortbildung, ich kann mich nochmal weiterentwickeln. Denn das sind ja auch Faktoren, die da mit reinspielen, die vielleicht nicht direkt sichtbar sind, aber womit man auch Pflegekräfte irgendwie an sich bünden kann. Ja, klar, aber die musst du ja bezahlen. Weißt du? Und wenn auf der anderen Seite das Geld nicht reinkommt, kannst du auf der anderen Seite ja nicht rausgehen. Ja, aber die sollen ja besser bei mir arbeiten als bei einem anderen Pflegedienst. Ja, du musst die aber bezahlen. Ist ja schön, wenn du das Haus voll hast mit Mitarbeitenden, die Schlange steht und du sagst, ich kann aber keinen bezahlen, tut mir leid. Also weißt du, irgendwo muss das Geld ja herkommen, fällt ja nicht vom Baum. Schade eigentlich. Aber trotzdem sollte man das nicht unterschätzen. Nein, natürlich nicht. Es ist schon ein wichtiger Aspekt, aber am Ende musst du die Person auch bezahlen. Ich glaube, man kann das so festhalten, Eva, dass es eine positive Auswirkung auf dich als Arbeitgeber hat, als Pflegeunternehmen hat, wenn du das ermöglichst, auch vom Spirit her, auch für jemanden, der in einer anderen Abteilung hier arbeitet, wenn der weiß, aber wir machen hier so eine verdammte, coole, spezialisierte Sache, das macht was mit mir. Ob ich da jetzt direkt drin arbeite oder nicht, aber es macht was mit mir. Es ist cool. Es ist super cool. Wenn ich das sogar selber noch ausführe, dann ist es sicherlich noch cooler. Aber ich gebe Christian da recht, am Ende des Tages musst du das irgendwie ja am Leben erhalten, dieses Konstrukt. Und was für uns so als menschlicher Körper das Blut ist, um alles irgendwie am Leben zu erhalten, durch Zirkulation und so weiter, ist für ein Unternehmen Geld. Ja, klar. Auch wenn wir in der Pflege irgendwie immer sagen, über Geld darf man ja nicht so reden und dies und das. Totaler Schwachsinn. Es ist ein total wichtiges Thema und hat auch nichts mit Arroganz oder Geldgier zu tun. Es ist ein zentrales Thema, um seinen Unternehmenszweck zu verwirklichen. Und der Unternehmenszweck ist, Patienten zu versorgen. Nicht Mitarbeiter mit einem guten Gehalt auszustatten, damit die ein gutes Leben haben, sondern das ist ein Mittel zum Zweck. Und da sind wir in den letzten Jahren so ein bisschen von abgekommen, dass der Unternehmenszweck immer schwieriger zu erfüllen wird. Das sehen wir durch die tausend Insolvenzen aus dem letzten Jahr im Pflegebereich. Das führt jetzt vielleicht ein bisschen zu weit. Ich hätte noch super viele Fragen, aber mich würde mal interessieren, wenn wir jetzt, das ist aber ein grundsätzliches Problem der ambulanten Pflege oder grundsätzlich der Refinanzierung, so lädt wie der BPA zum Beispiel, die schreien ja auch immer nach Refinanzierung. Wir können das nicht bezahlen, wir brauchen das refinanziert und so. Ich kann das immer nicht verstehen, weil auf der einen Seite ist das System so gestrickt, deswegen funktioniert das so, aber kein anderer Unternehmenszweig auf der Welt, die irgendwie in einem Markt sind, also große Microsoft, Apple oder wie auch immer, als Beispiel, die sagen ja auch nicht, ja gut, ich würde das iPhone jetzt herstellen, aber ich muss auch irgendwie also der Staat, die sagen ja nicht, der Staat muss mir das jetzt finanzieren, damit ich es herstellen kann, damit ich es am Ende dem Endverbraucher zur Verfügung stellen kann, sondern die sind dafür selbst zuständig, ihre Kosten zu decken, das Ding herzustellen und an den Mann zu bringen. und deswegen frage ich, was muss denn passieren, damit dieses Gebrüllen nach Refinanzierung, es muss irgendwie refinanziert werden, damit wir das machen können oder damit wir die Gehälter irgendwie hochhalten können und so weiter und so fort oder Leistungen und so, aber das bedeutet, wenn der BPA sagt, er will sowas refinanziert bekommen, dann bedeutet das, ich als Steuerzahler bezahle die Party. Also wie kommen wir da raus? Also muss es komplett verstaatlich werden, dass ich komplett bezahle und die Refinanzierung darüber funktioniert. Also wie machen wir es? Welche Lösung gibt es? Das ist eine gute Frage. Welche Lösung gibt es da? Das Schreien und Meckern ist bestimmt in Deutschland der berühmteste Weg. Ob das jetzt die Autobauer sind, die gerade sagen, ihr müsst uns mal wieder subventionieren, damit wir auf die Strecke kommen. Ob es die Landwirte sind, die es erfolgreich irgendwie mehr oder weniger machen. Ich sehe das im Gesundheitswesen etwas kritischer, weil wir eine Situation haben, wir haben ein sehr starkes Abhängigkeitsverhältnis zwischen dem Patienten und den Leistungserbringern. Ob das jetzt der Arzt ist oder der Pflegedienst, ist es egal. Theoretisch, wenn du das dem freien Markt überlassen würdest, dann hast du, Christian, für mich als Patienten, wenn du jetzt der Pflegedienst bist, hast du eine Leistung, die total wichtig ist und ohne die ich nicht mehr leben kann. Wenn das der freie Markt wäre, dann würdest du so wie Apple, was weiß ich, 1000 Euro, 2000 Euro für sein Handy, würdest du einen exorbitanten Preis nehmen. Oder wie jetzt vielleicht irgendwie ein großer Diabetes-Insulin-Hersteller für seine Abnehmenspritze wahnsinnig viel Geld nimmt, weil es einfach gerade keine Alternative gibt oder weil es so begehrt ist. Und da müssen wir immer im Gesundheitswesen so ein bisschen diesen Spagat finden, zu sagen, auf der einen Seite muss sich jeder die Versorgung leisten können oder schrägstrich, sie muss gesichert, also sie muss angeboten werden durch Fürsorge, durch den Staat, durch Kommune, whatever. Oder es müssen Mittel und Wege zur Verfügung stehen, dass Geld bereitgestellt wird. Und das ist der springende Punkt. Was wollen wir als Bürger? Darauf kommt es an. Was wollen wir? Nicht nur wir drei oder wir vier, wir fünf, wir sechs, sondern was wollen wir als Gesellschaft eigentlich haben? Das kann man immer so, kann man schön auf Verantwortung wegstehen. Ja, ist doch die Gesellschaft, die sagt, Pflege ist so wenig wert. Ja, das stimmt. Unterm Strich ist das so, aber das löst das Problem ja nicht. Außer vielleicht, dass Menschen mit einem überdurchschnittlichen Vermögen das Problem einfach aufgrund ihrer Finanzkraft anderweitig lösen können. Aber vielleicht die Menschen, der Großteil der Menschen, der auf Versorgung angewiesen ist, der nicht über diese Finanzkraft verfügt, kann das nicht. Ja, so, also was machen wir da? Das ist ja der normale Marktmechanismus. Also im Grunde genommen ist es ja schon so weit. Also wenn wir sagen, wir überlassen es dem Markt, dann bedeutet das, Leute, die sich das teure Handy lassen, kaufen das teure Handy und wer eben nicht so viel Geld hat, muss sich eben das günstige Handy kaufen und hat vielleicht nicht so viele Funktionen. Und hier ist es ja ähnlich. Also ich meine klar, auch als Kassenpatient habe ich natürlich einen gewissen Qualitätsstandard, den ich hoffe, dass der eingehalten wird. Aber umso mehr Menschen in dieses System auch kommen, wir wissen es alle, Hausärzte werden weniger, Krankenhausversorgung, bis zum Facharzttermin bekommst und so weiter. Also die Qualität der Leistung, die lässt einfach nach, also insgesamt für das Gesundheitssystem. Und wer Geld hat, kann sich eben was anderes leisten. Das heißt, wir haben ja im Grunde genommen einen Marktmechanismus, der aktuell schon greift. Ja, nicht in der großen Fläche. Ich glaube, dieser Marktmechanismus, zu dem du jetzt so geschüttelt hast, der greift für einige wenige. Ich glaube auch, dass er in Deutschland aktuell noch nicht großflächig notwendig ist. Wir müssen uns fragen, wollen wir eine Liberalisierung des Gesundheitssystems, so wie das vielleicht in den USA der Fall ist, dann haben wir die Situation, dass wir eine super, mega High-End-Versorgung auf der einen Seite haben, die sich aber nur eine Bevölkerung leisten kann, die versichert ist, die entsprechend vermögend ist, die das nicht mehr können. Die kriegen immer kleiner werdende Häppchen ab und vielleicht bleibst du am Ende des Tages sogar auf der Strecke und kriegst gar keine Versorgung. Wollen wir das in so einem Sozialstaat wie Deutschland, in einem Kontinent wie Europa, wollen wir das? Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Auf der anderen Seite denke ich mir, Vertrauen ist auch wieder so ein bisschen abgedroschen, aber vielleicht müssen sich auch einfach mal Öffentlichkeit, Schrägstrich die Krankenversicherungen, die Krankenkassen und die Leistungserbringer einfach mal vertrauen und einfach mal sagen, jetzt, dann machen wir das jetzt einfach mal. Dann machen wir jetzt mal ein Projekt, ich nehme mal jetzt die Wundversorgung, weil das ein verhältnismäßiger kleiner Teil ist, ja. Dann machen wir doch jetzt einfach mal ein Experiment. Dann machen wir doch jetzt mal die Tore auf oder das Portemonnaie auf und was braucht ihr denn? Dann nehmt das jetzt mal und dann gucken wir mal nach ein paar Jahren, was daraus geworden ist. Ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, ganz kurz noch zum Abschluss vielleicht zu dem Thema, im Bereich der Pflegeversicherung sind wir da schon leider ein bisschen weiter. Wir alle wissen, was mittlerweile so für Eigenanteile bei Altenheimplätzen aufgerufen werden. Dass sich selbst dann jetzt der Studienrat gerade noch so mit seiner Pension den Eigenanteil leisten kann und nicht vom Sozialamt auf einmal im Alter abhängig wird. So, wenn das so weiter um sich greift, dann wird das Sozialamt, also wir alle letztendlich wieder ja der Kostenträger sein, wenn die Kosten übernommen werden. Im ambulanten Bereich haben wir das nicht. Da haben wir vereinbarte Leistungen. Wir haben meinetwegen Pflegegrad X, so, das wird übernommen. Alles darüber hinaus wird erstmal aus dem eigenen Portemonnaie bestritten. Wenn ich hier auf den Kosten, auf den Sozialhilfeträger zugehe, ja, dann sagt er erstmal, ja, pass mal auf Christian, Eva, also ihr seid ja jetzt alt und pflegebedürftig und eigentlich reicht das doch auch, wenn ihr zweimal die Woche duscht. Da müssen wir doch jetzt, vielleicht Christian, du reicht doch vielleicht einmal die Woche. Und an den anderen Tagen, da kann der Pflegedienst dann kommen und der kann euch ja unten rumwaschen. Die Diskussion haben wir geführt mit dem Sozialamt hier in Münster. Und die war nicht schön. Und wir haben die in dem Moment gewonnen. Weil wenn du natürlich dann dein Gegenüber damit konfrontierst, in welchen Spiegel der jetzt eigentlich gerade guckt, dann wollen die das auch nicht mehr. Aber im Ambulantenbereich ist das ein Problem. Und da wird sich, vermute ich, in den nächsten zehn Jahren ein großer Zweitenmarkt auftun, dass die Leute, die was auf dem Kasten haben, die werden vielleicht sagen, Sozialversicherungssystem, ade, ich mache jetzt hier ein reines Selbstkostending, wo jeder Patient, so wie der Handwerker, wenn ich einen Elektriker brauche, rufe ich den an, ich kriege einen verdammt geilen Service, ich habe die super bestausgebildeten Leute, die sind alle zufrieden, die haben keinen Zeitdruck und das kostet mich sehr viel Geld. Und ich bin in der Situation und habe das Geld, kann mir das leisten. Dieser Markt, glaube ich, wird entstehen. Warum wird er entstehen? Ich weiß nicht, ob ich es mitgekriegt habe. In den letzten Jahren hat meines Wissens nach die Barmenia angefangen, Pflegedienste aufzukaufen. Also eine private Krankenversicherung. Warum macht eine private Krankenversicherung das? Ich glaube nicht, weil sie damit Geld verdienen will, sondern weil sie ihre hochqualitative private Krankenversicherung den solventen Kunden weiter anbieten möchte und sagen kann, wenn ihr euch bei mir versichern lasst, dann habt ihr einen Pflegedienst. Egal, wo ihr seid. Weißt du? So, und das ist, glaube ich, eine Bewegung, die wird sich, da sind wir wieder, Christian, bei deiner Liberalisierung, Öffnung des Marktes, wird sich wahrscheinlich im ambulanten Bereich auftun. Ich will das ja gar nicht. Ich will das ja gar nicht. Also ich bin ja, bin ja da total gegen, weil es einfach nur Nachteile mit sich bringen würde, zumindest in meinem Szenario. Aber es funktioniert eben auch nicht dieses Mischkonzept. Ich habe noch eine letzte Frage, die mich wirklich interessiert, weil... Achso, die anderen haben dich nicht interessiert. Achso, nee, nee, da bin ich die ganze Zeit drum herum gekommen. Ich wusste nicht, wo ich sie platzieren soll. Und zwar das Thema des Bedarfes. Warum gibt es denn überhaupt so viele Wunden? Tja, ich glaube, überall da, wo vielleicht die menschlichen Gene oder die menschliche Verhaltensweise über längeren Zeitraum nicht mit der eigentlichen Harmonie des Körpers in Einklang sind, entstehen solche Situationen. Nehmen wir mal die Stoffwechselerkrankung, Diabetes als Beispiel. Wenn ich vielleicht in jüngeren Jahren Typ 1 Diabetiker bin oder seit längerer Zeit Typ 2 Diabetiker bin, aber das vielleicht gar nicht weiß, gerade beim Typ 2 Diabetes, da haben wir wirklich häufig Patienten, die dann augenscheinlich aus heiterem Himmel auf einmal irgendwie ihren Vorfuß amputiert bekommen. Weil irgendwie nie aufgefallen ist, dass die einen Diabetes haben. Und dann haben die auf einmal irgendwie einen Stein im Schuh, blub, blub, blub. Das eine kommt zum anderen und dann hast du dieses riesige oder vielleicht auch nur ganz kleine am Anfang diabetische Fuß-Ulkus, was fluoride bleibt, größer wird und dann salamitaktikmäßig abgetragen wird. Und ja, warum ist das so? Das ist so, weil du deinen Diabetes ignoriert hast. Warum hast du deinen Diabetes ignoriert? Vielleicht einfach, weil du keinen Bock hattest, auf deine Lebensweise zu verzichten. Vielleicht, weil der Arzt irgendwie nie so die, keine Ahnung, Parameter abgenommen hat, weil du auch vielleicht nie beim Arzt warst, keine Ahnung, was der Grund ist. Vielleicht hast du einfach nur Pech. Vielleicht hast du einfach nur Pech und hast unglückliche Gene. Vielleicht bist du alt, bist übergewichtig oder was auch immer passieren kann. Wirst immobil, liegst im Bett, kriegst ein Dekubitus. Oder deine Venen werden mit den Jahren einfach schwächer und du hast genetisch gesehen kein gutes Venensystem und kriegst eine chronisch venöse Insuffizienz und ignorierst aber auch deinen Rat, deines Arztes, deines Sanitätshauses. Sie müssen jetzt Kompressionsstümpfe tragen. Das bringt nichts. Ansonsten kriegen sie da Probleme mit. Ah, ist da so unbequem. Ist so warm im Sommer. Ach, das juckt auch immer so. Und das ist so eng und ich kann das gar nicht anziehen. Ja, ich glaube 60% der Leute, die mal ein Ulcus Chorus Venosum hatten, also ein Florides Ulcus, ja, also ein offenes Bein hatten und das geschlossen ist, die brauchen ihr Leben lang, also 100% brauchen ihr Leben lang, ja, dann eine Kompressionstherapie, damit Rezidifrophylaxe, ja, es ist weniger wahrscheinlich, dass es wieder auftritt. Aber ich glaube, 60% der Leute, die dieses Floride Ulcus hatten, die pfeifen danach trotzdem auf die Kompressionstherapie, weil sie denken, oh, ist ja zu, ist ja zu, sehe ich nicht mehr. Ja, und auf einmal, oh, ist wieder auf, shit, dann geht das Ganze wieder los. Ich glaube, es gibt nicht diesen einen Faktor, warum es so viele Wunden da draußen gibt. Aber offenbar ja auch viele, die nicht entdeckt sind. Also beziehungsweise, wo dann die Personen, auf jeden Fall, auf euch zukommen, von mir aus durch eine Überweisung oder so, hier brauchen wir einen Pflegedienst, geht hier anders, gibt es aber schon seit zehn Jahren das Problem. Finde ich falsch versorgt, unterversorgt. Genau. Ja, genau, das stimmt. Also da hast du auf jeden Fall, hast du jetzt einen Punkt angesprochen. Ich glaube, dass der Weg, bis es in professionelle Hände kommt, also bis es zum Arzt gebracht wird, der ist, glaube ich, allein schon sehr weit, weil es den Leuten, ich glaube, viele Leute doktern damit total lange rum. Man hört ja auch immer mal wieder so, Hausmittel, sollen wir da nicht erstmal Creme drauf machen? Ein bisschen Kohlwickel. Kohlwickel, okay, das habe ich noch nicht gehabt. Aber einfach mal frische Luft dran lassen. Aber Kohlwickel ist auch super. Ja, auf die offene Wunde Kohl. Naja, Vielleicht noch eine Frage zum Schluss. Wie ist das mit Qualitätsprüfungen in dem speziellen Bereich? Ja, also es gibt da die freiwillige Qualitätsprüfung, so nenn ich es mal. Das ist das, jetzt in unserem Falle, das alle eineinhalb Jahre stattfindende Wundsiegel-Audit. Das hatten wir ja jetzt im Mai. Das heißt, in eineinhalb Jahren sind wir dann wieder dran. Und dann gibt es die normalen MD-Prüfungen, die du im Rahmen der QPR alle x Jahre hast. Okay, das heißt, dieses Wundsiegel bekommst du vom ICW als Pflegedienst. Das heißt, du als Pflegedienst bist dann ausgewiesener Experte für ICW-Wundversorgung. Ja, genau. Was sind da so die Anforderungen? Sind die hoch? Ich finde, im Verhältnis zu anderen Anforderungen sind die schon sehr hoch. Ja, doch. Also die gehen schon deutlich über das hinaus, was zum Beispiel in der QPR bei Behandlungspflegen abgefragt wird. Da ist es ja eher, also ich sage mal, wenn du eine MDK- oder MD-Prüfung hast, kennen wir alle, dann ist es eher salopp gesagt, hast du alles vernünftig dokumentiert, kriegst du eher ein gutes Ergebnis. Beim ICW, so ist es, ich habe ja auch bisher erst ein Audit erlebt, das erste Audit, von daher kann ich da jetzt auch noch nicht so eine riesen Historie vorweisen. Da hatte ich den Eindruck, dass der Auditorin das Ergebnis wichtiger war. Also, wie war es vor Ort? Was haben wir so erzählt? Wie wir so, was wir gemacht haben? Wie wir handeln? Natürlich hat die sich auch angeguckt und auch sowohl zeigen lassen, wir waren drei Leute zu dem Zeitpunkt und jeder hat dann auch wirklich einen Wundverband vorgemacht beim Patienten dann. Das war, glaube ich, so das Wichtigste, wie das so abgelaufen ist. Aber da stecken ja, da drin steckt dann ja auch die Arbeit, die eigentlich vorher stattfindet. Also, sich überlegen die Prozesse, ich hatte das Thema Wundhygiene vorhin mal angesprochen, mache ich das wirklich beim Patienten so, dass ich mir eine Einbahnstraße aufbaue? Also, die Prüfung ist da auf jeden Fall in meiner Wahrnehmung auch besser, sinnvoller, bei dem freien Audit als jetzt bei der MD-Prüfung, wo es dann ja doch eher um eine Dokumentationsprüfung geht und vielleicht auch noch um eine Abrechnungsgeschichte oder so, die dann auch wiederum ja auch sehr sinnvoll ist. Genau, aber es geht im Grunde genommen schon darum, wie das Thema Wundversorgung diese Räume füllt. Also, wie wird das Thema hier gelebt? Ja, genau. Okay. Ich habe jetzt mitbekommen, dass es auf jeden Fall gelebt wird. Wie viele Mitarbeiter habt ihr, die weitergebildet sind? Oh, weitergebildet? Weitergebildet sind aktuell sechs. Ein Wundteam arbeiten, davon aktiv vier. Das heißt, ihr habt ein extra Team nur für die Wundversorgung, die dann die jeweiligen PatientInnen besucht und dort die Wundversorgung macht? Genau. Okay. Also wir, also ich sage mal, die fahren jetzt durch ganz Münster, beziehungsweise so Münster drumherum. Da haben wir so eine goldene Regel, so will ich es mal nennen. Wenn wir jetzt nach Hiltrup, das ist jetzt Münster Süden, fahren würden, um eine Wundversorgung zu machen und der Patient hat keinen anderen Pflegedienst, aber er hat eigentlich den Bedarf, dass er auch Hilfe bei der Körperpflege bräuchte. Dann haben wir gesagt, wenn wir vor Ort sind zum Wundverband, dann können wir auch eine andere pflegerische Maßnahme mitmachen. Also ich sage, dann würden wir auch helfen, jetzt nicht beim Duschen, weil das ist bei einer chronischen Wunde oder bei einer Wunde nicht unbedingt so sinnvoll, aber meinetwegen beim Waschen helfen oder so. Das machen wir, ja. Genau. Okay, okay. Also wird miteinander kombiniert dann. Dann wird es kombiniert werden, ja. Ja, cool. Kriegt man eigentlich auch eine Wegepauschale, wenn man nur die speziellen Wundversorgungen macht? Nee. Du kriegst 23 Euro und damit ist alles aber golden. Das ist so traurig. Wenn wir abends mit fahren von hier hin, das ist eine halbe Stunde. Wir hatten das wirklich bei der einen Patientin. Bist du eine halbe Stunde hinne, eine halbe Stunde zurück, ist eine Stunde um und eine halbe Stunde vor Ort, eineinhalb Stunden Versorgung für 23 Euro. Ja, das ist traurig. Und mit dem Qualifikationsniveau dann die Leute bezahlen, ja. Genau. Haben wir irgendwelche Aspekte vergessen? Ja, wir können auch lange sprechen, aber ich halte mich jetzt zurück. Das können wir machen, aber genau. Ihr könnt auch gerne wiederkommen. Ihr seid sehr sympathisch. Danke gleichfalls. Wenn ihr mich natürlich überhaupt noch mal werben wollt. Brauchst du noch Pflegekräfte? Sollen wir noch Werbung machen? Ach Gottchen. Wir sind doch in so einer Welt, Pflegekräfte können wir alle gebrauchen, aber ich sag mal so, vor allen Dingen, also Pflegekräfte brauchen wir tatsächlich nicht, aber die richtig guten und die Bock haben, die brauchen wir immer. Auch wenn wir sie gerade gar nicht brauchen, weil wir keine Stelle haben, aber die würden wir trotzdem einstellen. Seid ihr offen für, keine Ahnung, BesucherInnen oder ähnliche Interessierte, die sich zu dem Thema austauschen wollen? Gebt ihr da Infos raus? Total. Also wir bieten das allen an, steht auch auf der Webseite, wenn da mal Interesse zum Nachlesen ist, wer, egal ob jetzt zum Beispiel im Rahmen von einer Hospitation, die beim Wundexperten, bei der Weiterbildung notwendig ist, da sind immer so zwei Tage notwendig, bei dieser Rezertifizierung, oder man einfach nur sagt, ich bin Pflegefachkraft oder vielleicht, ich bin Unternehmer von einem Inhaber, von einem Pflegedienst, ich möchte eigentlich ganz gerne wissen, wie macht man das denn einfach, einfach bei uns melden, wir sind da immer offen, wenn wir auch dann gerade Zeit haben und jemanden mitnehmen können, weil wir immer relativ viele Hospitanten so mit am Start haben, total gerne. Also wer Interesse hat, kommt gerne vorbei, beziehungsweise schaut in die Shownotes und schaut dann bei den Pflegefreunden in Münster vorbei. Übrigens ist es auch sehr schön hier, wenn man persönlich herkommt, es sind schöne Räumlichkeiten. Guter Kaffee. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig, aber es ist wirklich schön hier, also es ist ein schöner Pfleger, ich fühle mich wohl. Ja, das wollen wir bezwecken. Aber darf ich vielleicht noch eine Sache ergänzen, weil ihr ja auch Hörer habt, die vielleicht aus München zuhören oder woanders her. Wenn ihr auf der Suche seid oder Interesse an diesem Thema Wundpflege habt, ihr müsst jetzt nicht extra nach Münster fahren, wenn ihr aus Passau kommt. Guckt dann einfach auf der Seite von der BAG Wunde, von dieser Bundesarbeitsgemeinschaft Wunde. Wir haben auch Pflegedienste, die irgendwie im Münchner Raum sind, die oben in Norddeutschland sind, die im ostdeutschen Bereich sind, im westdeutschen Bereich, in der Mitte. Also da sind die Wege nicht immer quasi einmal quer durch die Republik. Auch wenn ihr hier sehr gerne willkommen seid. Genau, wir haben aber alles Notwendige in den Shownotes verlinkt. Ansonsten findet ihr das auch nochmal bei uns. Auf der Homepage findet ihr die Links ebenso. Und wenn ihr Lust habt, dann könnt ihr euch natürlich auch bei uns in der Community anmelden und melden und euch da zum Thema Wunde austauschen. Vielleicht gibt es da die Möglichkeit, Synergien aufzubauen oder ähnliches. Weil offenbar ist es ein Thema, was pflegedienstübergreifend behandelt werden kann. Das finde ich eigentlich total gut, wie du das vorhin sagtest. Wenn die das nicht können, dann kommen wir und so. Also dass man vielleicht mal damit aufhört, zu sagen, ich mache dieses, ich mache das, diese Ellenbogenmentalität, die du angesprochen hast. Sondern zu sagen, nee, grundsätzlich die Versorgung der Menschen geht uns irgendwie alle an. Und wenn wir uns da ergänzen können, dann ist das doch irgendwie eine Win-Win-Win-Situation. Genau. Vielen Dank. Vielen Dank auch Pia. Pia hat hier die ganze Zeit gesessen und Bilder gemacht und gespannt zugehört. Und hin und wieder auch mal genickt. Also offenbar hat Alex hier auch Wadersachen erzählt. Nee, wunderbar. Also vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Und mach's gut. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.